Und dafür brauchen wir die Gastronomie und wir brauchen den guten Fachhandel. Das geht nicht anders. Wir sehen ja, was dabei rauskommt, wenn nur noch der Handel am Drücker ist. Eine Tsunami-Welle von Helles. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier? Das war Silvia Kopp. Aber erst mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 80. Folge an diesem Freitag, dem 27.01.2023. Die erste Folge im neuen Jahr und wir haben zwei ganz fantastische Gäste. Ja. Einen habt ihr, oder einen habt ihr gerade eben schon gehört. Aber bevor wir loslegen, erst einmal eine kleine Kurzeinführung für allen, die uns neu entdeckt haben und die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Wir sind Regine Marx und Stefan Enrichkeit aus Hamburg. Die eine schreibt und ist Bier-Sommier, der andere macht Musik und ist Hobbybrauer. Und zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Bier, das ist eines der meist unterschätzten Getränke in Deutschland, finden wir. Bier kann Diva im Sektglas oder der beste Kumpel im Krug sein. Eine ganze Reihe von Menschen arbeitet daran, Bier immer wieder neue Seiten abzugewinnen. Die lernt ihr hier kennen. Für mehr Genuss im Glas und mehr Liebe fürs Bier. Stefan, hast du dich von der letzten Folge erholt? Ja, da wurde sehr viel geredet. Mein Name, ich war wirklich überrascht, dass das zwei Stunden waren am Ende. Ja, ja. Hat aber Spaß gebracht und ich habe mich sehr gefreut, dass diese Folge auch vielfach gehört worden ist. Ja, das ist sehr schön, ganz überraschend. Was haben wir erlebt in diesen letzten Wochen? Wollen wir ein bisschen was über den Senatsbock erzählen? Wir hatten nämlich die Chance, den schon ein bisschen zu tasten. Und am kommenden Sonnabend, dem 28. ist nämlich der Senatsbock-Anstech. Genau, ganz, ganz spannend, wie jedes Jahr, diesmal endlich wieder eine Präsenzveranstaltung komplett. Das ist natürlich ganz toll, dass man da wieder vor Ort die ganzen Leute einfach mal wieder treffen kann und ihn auch direkt vom Fass trinken kann. Das ist natürlich auch ganz toll. Genau, und wir hatten Anfang Januar schon die Gelegenheit, bei einer Blindverkostung mitzumachen und alle Böcke einmal getrunken zu haben. Ja, ganz spannend, auf jeden Fall. Es war auch überraschend in Teilen. Ja, also so ein paar Sachen. Wir hätten uns vorher besser informieren können tatsächlich. Wer genau was macht dieses Jahr, dann hätten wir besser sein können. Ja, und wenn wir strategischer noch gedacht hätten, wer zum Beispiel einen neuen Brauer im Team hat oder so. Da kann man ja auch immer vielleicht sich überlegen, ja, was braut er jetzt in diesem Jahr? Da geht er eher auf die hopfenbetonte Seite oder macht der was mit Grock, was ja auch dabei ist. Also was mit schwarzem Tee, ein Grockbock. Ja, ja. Ist das gleich ein Grock, wenn da ein schwarzer Tee drin ist? Er heißt Grockbock, soweit ich mich erinnere. Er heißt tatsächlich Grockbock, okay. Soweit ich mich erinnere. Dann ist es einfach der Name, sehr schön. Ihr seht, da ist einiges los im Glas und es ist ein tolles Beispiel für Biervielfalt. Ja, und für Gemeinschaft. Also HamburgerInnen, die noch keine Karte haben, könnten da ja noch irgendwie hinstratzen und am 28. teilnehmen im Parlament beim großen Anstich. Ansonsten kann natürlich das Bier erstanden werden im Handel. Genau. In Hamburg haben das ausgesuchte Edikas und ansonsten kann man das beim Craft Beer Shop bestellen. Richtig. Und ihr findet den Link auch in den Shownotes. Es gibt auch eine digitale Show übrigens. Genau. Aber dafür ist es jetzt, glaube ich, zu spät. Dafür ist es leider zu spät. Aber vielleicht ist es wieder so, dass die auch später auf Facebook oder so angeschaut werden kann. Und dann, wenn man das Bier zu Hause hat. Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Und Lust hat, das nochmal im Nachhinein zu zelebrieren, kann man das mit Markus Quatt? Und Sündje Nikolaisen machen. Richtig. So, das war der Senatsbock. Was haben wir sonst noch erlebt? Ja, Januar ist bei uns ja, abgesehen von so kleinen Ausrutschern, meistens dry. Und wir haben uns so durch das ein oder andere alkoholische, genau, alkoholfreie Bier mal wieder getrunken. Und das geht ja auch. Überraschenderweise geht das sogar ziemlich gut. Ja. Obwohl, so überraschenderweise ist es ja gar nicht. Es hat sich so viel getan auf der alkoholfreien Seite in der Bierwelt. Wir haben einige bestellt, einfach mal, um was Neues auszuprobieren. Dabei war zum Beispiel Toe Implosion. Das ist ein Ale gewesen. Erinnerst du dich noch daran? Aus Dänemark. Leicht und fruchtig war es. Ein bisschen sauer. Also jetzt gar nicht so, also nicht gössauer oder so, sondern ein bisschen säuerlich. Erinnere ich noch und sehr fruchtig. Ja, zitrusartig. Ja. Also ich fand es ein bisschen limonadig, wenn ich mich recht entsinne. Du fandst es limonadig ein bisschen zu wenig Körper war dir dabei. Ich fand es tatsächlich gut. Kostete um die 2,50 Euro für die Dose 0,33. Also es ist kein Schnapper, aber für so ein Genussbier im Rahmen. Ja, absolut. Wenn ein Everyday-alkoholfreies ist, muss man sich überlegen, ob das geht. Was hatten wir noch? Wir hatten das 0,3 IPA von Lowlander. Genau. Die Lowlanders machen ja immer Botanicals und alles Mögliche rein. Und da war auch so dies und das drin, wenn ich das richtig entsinne. Also Orangenschalen und Koriander, glaube ich. Und Kardamom. Kardamom war das, genau. Und Mango. Ah ja. Das war nach hinten auch ein bisschen herb, also wirklich auch ein schönes IPA. Ich finde die Brauerei eher ganz toll. Also ich finde Lowlander, die machen viel mit Botanicals. Der Chief Botanical Officer, wie er sich nennt, Frederik Kampmann, die kommen aus den Niederlanden, wie man vielleicht ahnt, der hat eine ganze Zeit lang in London in einer Distillerie gearbeitet. Und er hat da ganz viel über Botanicals gelernt und das hat er mitgenommen und das fließt jetzt in diese Biergeschichten rein. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Art, an Bier ranzugehen. Ist natürlich überhaupt nicht Reinheitsgebot. Nein, 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 nein. Aber macht total Spaß und die haben eine ganze Reihe an alkoholfreien Bieren und leichten Bieren. Also es macht wirklich Spaß und ich fand das hier auch, es hatte sowas Herbes, es war sehr erfrischend und irgendwie auch ein kleines Abenteuer auf der Zunge. Ja, wo lag das preislich? Was warst du da noch auf dem Zettel? Preislich, ich habe es gerade eben nochmal nachgeguckt, 3,90 Euro. Okay. In der Flasche. Was hatten wir noch? Wir hatten das Alco-Free Pale Ale von Sackesquialus. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Ich freue mich auf Sprachnachrichten von Menschen, die das richtig aussprechen. Die waren aus Estland, ne? Die kommen aus Litauen. Oder Litauen, ja. Ja, ja. 0,5 Umdrehung. Citra, ganz stark drinne. Schmeckt man. Sehr grapefruitig. Ich fand das ganz fantastisch. Es sah auch sehr gut aus im Glas. Das hatte so eine Grapefruitbittere, daran erinnere ich mich noch. 3,50 Euro die Dose. Ja, ansonsten waren natürlich viele Klassiker am Start. Was wir hier jetzt auch gerade trinken, ist das Atlantic Ale von Störtebecker. Alkoholfrei. Ja, ich kann auch sagen, wir hatten noch das Alkoholfreie Kellerbier von der Brauerei Rittmeier. 0,4 Umdrehung. Es arbeitet mit einer gestoppten Gärung, habe ich gelesen. Und ist kalt gehopft mit Cascade. Und da waren wir, also ich finde es ist ein gutes Bier, aber es ist natürlich recht süßlich. Ja. Ja, ich meine, es ist nach wie vor, also es gibt wirklich viele, viele, ich meine, wir haben da drauf. 1,90 Euro ist natürlich ein Argument. Ja, ja, ja. Genau, wir haben ja viel schon drüber geredet. Es gibt dann doch immer noch viel, was wirklich so einen starken Würzegeschmack hat, muss man einfach mal sagen. Also wenn der nicht da ist, finde ich immer, auch wenn es nach irgendwelchen anderen Sachen schmeckt, finde ich das immer noch besser, als wenn dieser starke Würzegeschmack da ist. Vielleicht, ich füge diese Biere mal auf die Homepage an, in den Beitrag zu diesem Podcast und in den Shownotes und vielleicht mögt ihr das einfach mal probieren oder habt auch Tipps für Biere, die ihr nicht nur im trockenen Januar, sondern vielleicht auch in anderen Monaten des Jahres entdeckt, weil man kann das ja auch mal so außerhalb des Januars probieren, wenig Alkohol zu trinken. Ja, total. Sollte man sowieso öfter machen. Und es macht auch tatsächlich Spaß. Stefan, ich bin noch so ein bisschen, ich habe hier gerade durch Instagram gescrollt und habe hier gerade was gesehen, was mich total betrübt. Okay. Und zwar macht Bier und Brot in Lübeck zu. Oh, die haben doch noch gar nicht so lange auf. Die haben tatsächlich nicht lange auf und die schreiben aber, sie mussten die Not, also die Reißleine ziehen. Okay. Weil die Situation so schwierig und die Zukunft so ungewiss ist. Und sie danken allen, die eben sie auf diesen kleinen, feinen Pfad begleitet haben und dass sie kurz ihren Traum leben konnten, eben eine Craft Beer Bar in Lübeck zu haben. Aber es wird zu riskant und deshalb schließen sie den Laden. Das ist natürlich sehr schade. Ihr wart ja schon mal da, ich war da leider nicht mit. Das machen die zu, bevor ich da war. Das ist doof. Du siehst, man muss sich manchmal beeilen im Leben. Ja, das stimmt. Einen ganzen Sommer hast du verstreichen lassen. Das ist wirklich schade. Es war ein sehr schöner Ort und sehr bierbegeisterte Menschen dort. Und es gibt natürlich noch anders Ale. Also die Brauerei gibt es ja glücklicherweise noch. Aber die Idee dieses Ladens an einer sehr prominenten Adresse mitten in der Altstadt in Lübeck, die ist sich jetzt hiermit erstmal auf Eis gelegt. Vielleicht kommen sie wieder. Wir können ihn ja mal fragen. Wir hatten ihn zur Eröffnung ja auch in diesem Podcast drinnen. Wir fragen mal nach, was da so ist. Okay, wir haben eine Aufgabe und jetzt machen wir weiter mit unserem Programm. Ja. Mit unserem Gast. Wir haben einen Support. Ich habe ihn diesmal nicht getroffen, sondern du. Erzähl mal, wen hast du getroffen? Lukas Müller, der die Brauerei Two Chefs Brewing in Hamburg vertritt. Und den haben wir mal kennengelernt letztes Jahr während der Hamburg Beer Week. Und da uns das Bier hier in der Hamburger Gastronomie und in den Bottleshops immer häufiger über den Weg läuft, ja, dachten wir, wir sprechen mal mit ihm. Kommen aus Anstabdam? Mhm. Und sind 2012 gegründet, ne? Oder haben sich 2012 gefunden, zusammengefunden, um eine Brauerei zu eröffnen, oder? Genau, beziehungsweise damals haben sie, glaube ich, noch dann erstmal, das erzählt er natürlich auch alles, ich glaube, die Brauerei kam dann 2016. Und du hast ihn wo getroffen? Bei mir im Studio. Hat er dich besucht? Gab's Bier? Nee, natürlich gab's Bier. Wir trinken natürlich auch Biere. Wärst du mal dabei gewesen? Ja, das stimmt, weil beim Hauptakt haben wir kein Bier getrunken, weil es war auch morgens um elf. Das stimmt. Gut, aber dazu später. Bühne frei für? Lukas Müller, Two Chefs Brewing. Moin. Moin. Schön, dass ich hier sein darf. Super. Ja, interessante Geschichte. Jemand, der in Hamburg lebt und für eine Brauerei in Amsterdam arbeitet. So sind wir irgendwie auf dich aufmerksam geworden. Wir haben dich kennengelernt im Überquell bei einer Veranstaltung im Rahmen der Hamburg Beer Week. Und die Biere haben wir so über die letzten Monate in Hamburg auch immer wieder gesehen und schon gefragt, was das denn wohl sein könnte. Und das kannst du mir jetzt alles erzählen. Das kann ich dir jetzt alles erzählen. Freut mich ja, dass wir in dem Fall schon aufgefallen sind. Das ist ja super. Genau. Tatsächlich, letzte Woche war ich in der Gloria Bar und da gibt es auch euren Funky Falcon, das Pale Ale zum Beispiel am Hahn. Das fand ich auch sehr lecker und auch sehr schön, dass irgendwie die auch mal wieder, die sind ja sonst sehr auf Tankbier und sowas spezialisiert, dass die auch mal wieder sowas am Start haben. Ja, genau. Das ist ja, ich meine, Falko war schwierig zu überzeugen. Also Falko ist der Inhaber von der Gloria Bar. War schwierig zu überzeugen. Ich habe jetzt aber auch schon gehört, dass er immer schwierig zu überzeugen ist. Von daher habe ich mir, das ist anscheinend okay. Genau, aber das ist natürlich auch genau das, wo wir hinwollen, wo die Leute Bier trinken, aber nicht im spezifischen Craft Beer oder großartige Bierspezialitäten, sondern unsere Core Range ist eben auch darauf aus, einfach den Normalbiertrinker abzuholen und ihm einfach mal ein bisschen was anderes zu zeigen, als immer nur dieselben Pilze und Hellen und so weiter. Ja, ja, auf jeden Fall. Super Sache. Sag mal ganz kurz eben, wie kommt man als, ich sage mal, norddeutscher Junge dazu, für eine Brauerei in Amsterdam zu arbeiten? Ja, gute Frage. Und zwar, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich ganz lange Zeit für Fritz Kohler gearbeitet. Und für Fritz Kohler war ich zuständig für den holländischen Markt. Genau, genauer gesagt von 2013 bis 2019. Und habe mich da erst um den Außendienst, war erst Außendienst und dann Vertriebsleitung. Und 2014 habe ich den Sanne kennengelernt. Sanne ist einer der zwei Gründer, einer der zwei Chefs, einer der zwei Köche sozusagen, von Two Chefs. Und damals fuhr er eben noch selber, die Brauerei war gerade zwei Jahre alt, fuhr er noch selber im VW Bulli durch Amsterdam und hat seine Biere verkauft. Und als Außendienstler lernt man sich halt kennen und dementsprechend, genau, da ist einfach der Kontakt, ist immer ein bisschen bestehen geblieben. Natürlich hat man sich mal aus den Augen verloren, aber dann auch immer mal wieder auf ein Bierchen getroffen. Und genau, und dann Two Chefs war jetzt zwei Jahre lang in Deutschland unterwegs und mit einem Außendienstler in Berlin. Und der hat das so ganz gut gemacht. Klar war Corona, war auch schwierige Zeit. Auf jeden Fall, ja. Aber genau, war ganz gut unterwegs. Und dann kam Sanne irgendwann auf mich zu und meinte, ey, wir sehen das Potenzial, da ist noch mehr machbar. Und genau, wir waren auch eh schon wieder in Kontakt, weil ich zwischenzeitlich mal so einen kleinen Online-Biarshop aufgemacht hatte, Small Batch Biershop hieß der. Da ging es eigentlich, war mehr so ein Jux und Tollerei. Ich habe mir selber ein bisschen WordPress beigebracht und kannte halt durch meine Zeit bei Fritz in den Niederlanden noch relativ viele niederländische kleine Brauereien. Hat er festgestellt, okay, die gibt es alle nicht in Deutschland. Hat er gesagt, du Jungs, hier, ich baue euch eine Plattform, wenn ihr mir für Kleinstmengen den Großkundenpreis gebt. Und die waren alle happy, unter anderem eben auch Sanne. Habe dann relativ schnell festgestellt, dass Bier im Internet zu verkaufen nicht viel mit Bier, sondern viel mehr mit Seopflege zu tun hat. Da hat mir zwischenzeitlich, ich sage mal, der JPEG, der eine oder andere Marke kennen, hat mir dabei geholfen, das ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Aber das war einfach nicht meine Leidenschaft. Und dementsprechend, genau, kam Sanne dann auf mich zu, weil wir waren ja eh schon wieder in Kontakt. Ich meinte, hey, hast du nicht Bock, mal Fritz Cola an den Nagel zu hängen und für uns sozusagen dasselbe zu machen, was du damals für Fritz Cola in den Niederlanden gemacht hast. Nämlich den Markt zu erobern und aufzubauen. Und da habe ich dann gesagt, du, neun Jahre Fritz Cola, das reicht. Wie gesagt, der Online-Shop ist eh nicht die große Liebe. Dementsprechend, klar, warum nicht? Und so kam das dann. Ich wohnte sowieso schon in Hamburg aufgrund meines Jobs bei Fritz. Und dann haben wir ihm gesagt, gut, dann Hamburg ist eine Bierstadt, Berlin haben wir den Peter Paul, starte doch mal in Hamburg und baue von dort aus eben letztendlich Deutschland auf. Das ist natürlich ein langfristiges Ziel. Aber zuallererst mal Hamburg, Gastronomie beackern und damit bin ich dann angefangen. Ah, alles klar. Erzähl uns ein bisschen was zur Geschichte von Two Chefs. Also es sind zwei Köche, wie der Name schon sagt. Und die haben angefangen? 2012. Okay. Genau. Also wir haben jetzt diesen Sommer im Juni haben wir unser Zehnjähriges gefeiert. Groß in Amsterdam in der Brauerei. Und 2012 ging alles los. Ende 2012 Gründung der Two Chefs Brewing BW war dann, was vergleichbar ist mit einer GmbH, war dann Anfang 2013. Wie ging das eigentlich los? Sanne und Matein, sozusagen der ganze harte Kern der Two Chefs Brauerei vor Ort, das sind alles Jungs und auch ein paar Mädels aus Nordweig. Nordweig ist an der Küste bei Amsterdam. Kleines Küstenstädtchen mit viel Sommersaison Gastronomie am Strand. Und da kennen sich Sanne und Matein, die kennen sich einfach dort aus der Gastronomie, weil sie da zusammengearbeitet haben als Küchenhilfe, als Koch. Und genau, haben dort eigentlich immer zusammen den Sommer verbracht. Haben nebenher eben auch für sich selber mal ein IPA in der Küche von Sanne's Mama gebraut, so wie das halt immer so anfängt. Und letztendlich zwischendurch dann auch mal andere Jobs gemacht, Recruiting und wirklich so Bürojobs. Letztendlich sich darin nicht heimisch geführt und eigentlich dann irgendwann gesagt, komm, ey, wir wissen doch, wie man eine Suppe kocht. Und eine gute Suppe kochen, Bier ist doch so ähnlich, das können wir doch bestimmt auch. Und das können wir doch auch ein bisschen größer kommen, lass uns das Ding mal wirklich professionell aufziehen. Auch, weil sie eben halt schon einige Connections in der Gastronomie hatten. Also die Intention war von vornherein, ein Bier für die Gastronomie zu brauen. Und da kam auch eigentlich dann direkt der Ruf aus Amsterdam, wie gerufen, nämlich von Cannibal Royale. Cannibal Royale ist ein Burger-Steak-Laden in Amsterdam. Gibt es mittlerweile auch mehrere Lokalitäten von, die kamen auf die Jungs zu und meinten, ey, ihr braut doch hin und wieder mal selber Bier. Wir würden gern mal so unser eigenes Private-Label, Pilz, Pale Ale, irgendwas Crispy, Easy Drinkable, aber eben auch mit ein bisschen mehr Geschmack drin sozusagen. Das würden wir gerne als Hausbier haben. Naja, wie es so ist, Pale Ale ist einfacher zu brauen als ein Lager. Ja, dementsprechend wurde dann ein Pale Ale draus und das ist das Funky Felgen, was heute vorensteht. Unser Saufbier, könnte man sagen. Wir können das ja mal einschenken. Sehr gerne. Sehr gerne. Genau, und dementsprechend war halt eigentlich auch direkt für Absatz gesorgt, weil Cannibal Royale das Ding dann eben mit ins Sortiment genommen hat. Und so ging es los 2012 bis 2015, 16 wirklich erstmal als Wanderbrauer unterwegs, bei der Proofbrauerei in Belgien abgefüllt, bei anderen niederländischen Brauereien abgefüllt. Und dann war aber trotzdem natürlich auch der Ruf da, ein Koch, der steht auch selber in der Küche, der schickt nicht irgendwo ein Rezept hin und hinten kommt ein Bier, kommt ein Gericht raus. Genau, es war halt Ansage, hey, wir wollen das Ding selber machen, dementsprechend Crowdfunding-Kampagne gestartet 2016 und mit 300.000 Euro, die war erfolgreich. Wow. Genau, die war innerhalb von drei, vier Monaten erfolgreich und dann damit die erste eigene Brauanlage gekauft. Super. 300.000 Euro kriegt man jetzt keine komplette Braukon, dementsprechend sind die beiden dann zusammen mit Marteins Vater nach China geflogen und haben da die ersten Brau-Utensilien gekauft und dann wirklich in Nacht-und-Nebel-Aktion selber in der Lagerhalle, die immer noch unsere Brauerei ist im Amsterdamer Hafen, zusammengeschraubt und genau, dann ging es los. Ja cool, dann sagen wir mal Prost. Prost. Das riecht ja schon mal sehr, sehr fruchtig. Es ist für einen Pale Ale mega fruchtig, ne? Also so erstaunlich. Ja, ja, also aber weil wir eben auch, wir gehen voll in den Hopfen, da ist Chinook und Centennial drin und einfach um wirklich das Fruchtige, das Zitronig, Limettige, Zitronengras. Ganz am Anfang wurde das Bier wirklich mit Zitronengras gebraut. Okay. Das war allerdings eine Riesenschweinerei und wirklich das Zitronengras musste von Hand noch im Dryhopping mit reingestopft werden und auch qualitätstechnisch nicht immer ganz stabil. Okay. Genau, dementsprechend, das kann ja auch, letztendlich kann das auch der Hopfen mittlerweile und da fahren wir mit den beiden besagten Hopfensorten sehr, sehr gut und gehen da wirklich voll. Das war die Grundintention, wirklich ein easy drinkable, aber super ausbalanciertes Pale Ale zu trinken oder zu produzieren, wo du einfach direkt Bock hast, ne? Du trinkst das, also selbst der Pilztrinker kann das Ding aufmachen. Ja. Beim ersten Schluck, hey, was ist das denn? Wow, ist das fruchtig. Beim zweiten, geil, das geht richtig gut runter. Und beim dritten, vierten, komm, gib mir mehr, so ungefähr. Ja, leistet sehr geringen Trinkwiderstand, ne? Ja, genau. Also tatsächlich hohe Drinkability. Wiederum für ein Session IPA wäre es nicht bitter genug. Also dann tatsächlich, weil ich auch erst dachte, ist das nicht eher ein Session IPA, aber dann müsste es etwas bitter sein. Wäre etwas bitterer sein. 25 IBU habe ich gerade gelesen. Also er haben muss aber wirklich ganz, ganz toll. Ganz toll fruchtig. Super. Ja. Und das heißt, in welcher Größenordnung wird da dann produziert? Wir produzieren immer 30 Hektoliter. Also sprich, unsere Anlage sind 30 Hektoliter, ne? Da kommt man ein bisschen weniger raus, aber das ist so das Ding. Core Range, wir haben acht Core Range Biere. Die sind wirklich alle eben drauf gepolt, wirklich einfach zu trinken zu sein und da nicht zu überfordern. Und da produzieren wir dann immer doppelte Badges von und dann machen wir einmal im Monat einen IPA, bringen wir raus, sechsmal im Jahr einen Sour und dann kommt nochmal das eine oder andere Collab-Bier dabei dazu. Und genau, davon machen wir dann immer 30 Hektoliter. Ja, okay. Du sagtest erstmal Hamburg und Berlin. Wie läuft das insgesamt? Schafft ihr es so langsam in Deutschland auch, euch breiter aufzustellen? Wir sind in dem Sinne noch sehr lokal unterwegs, weil wir, das liegt aber auch an der Historie, wie wir nach Deutschland gekommen sind. Also das ist auch einfach ein bisschen, ich würde sagen, unkonventionell, trifft es ganz gut. Auch einfach so aus einer, naja, ich hole mal ein bisschen aus, und zwar der Peter Paul. Ja. Peter Paul ist 25, arbeitet seit sieben Jahren bei Two Chefs, also sieben von den zehn. Dementsprechend, genau, mit 18 da angefangen, erst als Packer im Lager, dann als Fahrer, dann als Außendienst für Amsterdam und ist dann letztendlich nach Berlin gezogen. Um seine, nebenher hat er als DJ gearbeitet und wo muss man hinziehen, wenn man DJ ist, da muss man natürlich in Berlin wohnen. Natürlich. Und genau, ist dann nach Berlin gezogen, hat dann auch gesagt, beziehungsweise kam da an in 2019, Pandemie, und letztendlich, hey, ich habe meine Schule geschmissen, ich kann für Two Chefs arbeiten und ich bin ein guter DJ. Gut, aber der DJ, der zahlt noch nicht die Kasse, dementsprechend kann ich nicht weiter für Two Chefs arbeiten. Und dann haben wir gesagt, du, du hast ja eine Adresse in Berlin, dann lass uns doch mal die Two Chefs Brewing UG gründen und so legen wir los in Deutschland und importieren uns das Ganze selber und schauen mal, wo die Reise hingeht, genau. Das ist einfach, das ist ein bisschen der holländische Stil, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren und dann schaut mal, wo die Reise hingeht. Und dementsprechend, so ging das los mit Two Chefs und dementsprechend haben wir uns auch nicht großartig auf die Suche gemacht nach einem Importeur, sondern haben einfach mal lokal geschaut, was so machbar ist. Und das ist eben immer noch, wie wir arbeiten. Dementsprechend, wir haben unsere Lager in Berlin, in Hamburg und liefern da einfach selber aus und sind da eben sehr, sehr lokal unterwegs. Aber klar, wir haben jetzt mittlerweile, und es gibt es bei der Bierothek. Genau, habe ich gerade eben bei der Recherche auch gesehen. Ja, genau. Und so ein paar in Köln beim Bierlager, Bierzwerg in Greven, also in dem Sinne, ja, wir wachsen stetig, auch deutschlandweit. Wir haben den ersten Kunden in Karlsruhe mit der Phonobar. Dementsprechend, ja, wir bewegen uns da weiter, aber zuallererst ist es für uns eben wichtig. Letztens kam ein Gastronom auf mich zu, der Össi vom Sword & Silver und die uns eben jetzt auch schon fast ein Jahr lang im Sortiment haben mit unserem Bon Chef, unserem New England IPA. Und der meinte, hey, du, Lukas, ich habe das Gefühl, ihr seid so richtig angekommen in Hamburg. Und das ist natürlich ein schönes Kompliment, besonders von jemandem, der nicht in der Craft Beer Welt unterwegs ist, sondern der wirklich gastronomisch unterwegs ist. Und da eben auch ein großes Netzwerk hat und von so jemandem das zu hören, zu hören, hey, okay, ich registriere euch auf der gastronomischen Landkarte. Das ist genau das, was wir wollen. Und in dem Sinne haben wir da auch gar nicht den Stress jetzt zu sagen, wir müssen jetzt direkt in allen Städten irgendwie parat sein, sondern es ist schön, jetzt gerade heute kam aus Berlin ein Foto von der Space Medusa Bar, ein alter Kunde, der jetzt das erste Mal eine Lampe von uns aufgehängt hat. Und sowas ist draußen am Giebel und das ist ein Riesenhighlight. Ja, super. Genau, dort eben stattzufinden und wirklich in dem Sinne die Stadt zu beackern und dort heimisch zu werden. Und genau, dementsprechend, das ist ganz schön und jetzt haben wir zum Beispiel gerade mit Berlo, haben wir eine Collab gebraut. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass man da auch, klar, wir sind eine Brauerei, die aus dem Ausland kommt, das ist uns auch bewusst, wir sind keine lokale Brauerei, aber dass man da trotzdem so aufgenommen wird wie eine lokale Brauerei und da mehr der Mehrwert gesehen wird zu sagen, hey, wir sorgen alle zusammen für mehr Vielfalt in der lokalen Bierlandschaft, als zu sagen, ja, was wollt ihr denn jetzt hier noch? Ach, der Kuchen ist doch schon so klein, jetzt kommt ihr hier noch ran. Klar, das ist natürlich ein Ding, aber zurzeit fühlt es sich eher so an, als wäre die Companionship größer und das ist ganz, ganz toll, dann so wahrgenommen und so empfangt zu werden. Und die Fans mögen ja auch die Vielfalt. Also insofern, dafür ist es ja gut, wenn ständig was Neues kommt. Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch noch der Punkt. Hast du, du hast ja die Bierszene in den Niederlanden auch erlebt, sind da Unterschiede zu Deutschland? Naja, also, sagen wir mal so, die Bierszene ist einfach viel, viel größer. Also das heißt viel, viel größer, prozentual viel größer, einfach viel vielfältiger. Beziehungsweise es ist auch einfach ein Thema, was schon viel gelebter ist. Du hast natürlich von den Niederlanden, hast du den Einfluss der Ales aus den USA, du hast den Einfluss der Trappisten, beziehungsweise der traditionellen belgischen Biere aus Belgien und natürlich auch dann wiederum den deutschen Einfluss. Und dazu kommt, die Niederlande an sich hat jetzt nicht so eine krasse Bierhistorie, also zumindest nicht so wie die Länder drumherum. Und dementsprechend tun die sich dann auch nicht so schwer, da was zu adaptieren, was aus dem Nachbarland kommt, im Gegensatz zu Deutschland, wo man natürlich immer gegen die Vorherrschaft der traditionellen deutschen Biere ankämpfen und stinken muss. Das ist dort eben nicht der Fall. Dementsprechend gibt es dort viele alteingesessene Brauereien, die einfach schon sehr, sehr lange IPAs, Triple IPAs, Witbiere, Pay Aids brauen. Und dementsprechend hast du auch, wenn du dort in den 0815 Supermarkt gehst, hast du auch einfach mal ein Craftbeerregal mit 100 Bieren. Und das ist ja bei uns, wenn es das hier gibt, dann verstauben die halt eher. Das Problem, ja klar. Und das ist dort einfach viel, viel normaler. Auch, was nun haben wir uns auf der Hamburg Beer Week kennengelernt, das als Beispiel genommen. Ein Bierfestival im Sommer in den Niederlanden ist einfach ein Familienfest, genauso wie ein Streetfood-Festival. Und das ist halt hier dann doch nochmal spitzer, spezifisch. Ja, es ist am Ende des Tages in Deutschland eine sehr kleine, also eine sehr spitze Zielgruppe. Genau. Die auch, ich meine, da haben wir auch nun bei uns im Podcast, da sehe ich oft genug auch schon drüber gesprochen, die leider auch nicht so gewachsen ist, wie sich das alle erhofft haben über die letzten Jahre. Aber wir sind ja alle guter Dinge, dass das doch noch so dazu kommt. Ja, ich glaube, so wie wir jetzt auch in die Gastronomie gehen, wir gehen ja wirklich auch spezifisch in Läden, die jetzt nicht Craft-Bier-affin sind. Und klar, da muss man immer viel erklären. Viele Leute fragen sich, wo kommt denn der Flavor her? Ja, der kommt vom Hopfen. Ach was, okay. Aber dementsprechend ist und bleibt ein erklärungsbedürftiges Thema. Das verkauft sich nicht von selber. Du brauchst die Leute auf der Straße, ansonsten wirst du es nicht los. Aber wir sehen in dem einen Jahr, in dem wir jetzt unterwegs sind, also zumindest das Dosenthema muss ich mittlerweile viel, viel weniger erklären, als es noch bis vor kurzem war. Und das ist auch schon mal ein großes Plus. Das hat sich natürlich wirklich ganz erstaunlich entwickelt. Kommen wir nochmal zur Historie von der Brauerei. Also dann stand die eigene Brauerei. Und gibt es da irgendwie einen Schankraum oder sowas noch mit dazu? Wie ist das aufgestellt? Gibt es noch Gastronomie dazu? Wenn du sagst, die Jungs kommen ja grundsätzlich außer Gastro. Wie sieht das aus bei Two Chefs? Genau. Ja, gut, dass du es sagst. Ja, wir haben zwei Gastronomien. Einmal in Amsterdam West und einmal in Amsterdam Süd. Also jeder, der mal in Amsterdam ist, sehr, sehr gerne mal beim Huche de Chodplein oder direkt am Olympiastadion vorbeischauen in einer unserer Foodbars. Das war von vornherein ein Anliegen, weil wir natürlich, wir sind Köche sozusagen. Wir lieben das Bier-and-Food-Pairing. Und das spielt eben eine ganz, ganz große Rolle bei uns in der Gastronomie. Dementsprechend, das spielt auch eine große Rolle im Kernsortiment unserer Biere. Die sind alle einfach easy drinkable. Auch aus dem Grund, dass man sie eben super mit Essen verbinden kann und sie nicht einfach überfordern beim Essen. Und dementsprechend, ja, da haben wir zuallererst die Foodbar in Amsterdam West eröffnet. Und kurze Zeit später kam dann eben noch das Bistro Alt in Amsterdam Süd dazu. Bistro Alt war wirklich Fine Dining. Wir sind jetzt aufgrund der Pandemie ein bisschen umgeschwenkt und haben erfahren jetzt das ähnliche Konzept wie in der, in Amsterdam West. Dementsprechend, ja, so Bier-Food-Pairing, Bar-Food, aber im gehobenen Sinne. Und, ja, da lade ich alle herzlich dazu ein, mal vorbeizuschauen. Erzähl mir noch was zu den Bieren. Ich habe hier das Rivaka IPA. Wahrscheinlich sehr hopfig, was ich mal dem Bild entnehme. Da ist nämlich eine riesengroße Hopfendolde drauf. Genau. Ah, ihr habt auch eine Single-Hop-Serie, das sehe ich. Genau, das ist ein Teil unserer New Zealand Single-Hop-Serie. Da haben wir vier von rausgebracht, mit Pacific Sunrise, mit Motueka, mit Rivaka und mit Nelson Sauvon. Okay. Und, genau, ich habe dir zwei Core Range Biere mitgebracht. Einmal wirklich so die ersten der Stunde, das IPA, das bei Sanis seiner Mutter in der Küche gebraut wurde, sozusagen. Das ist das Green Bullet, ja? Das ist das Green Bullet, genau. Warum heißt es Green Bullet? Weil es wirklich ganz am Anfang mit Green Bullet Hopfen auch gebraut wurde. Okay. Da haben wir uns dann relativ schnell von verabschiedet, weil der Green Bullet Hopfen nicht unbedingt der aromatischste ist. Okay. Beziehungsweise das fanden wir in dem Zusammenhang. Und das Bier haben wir jetzt Anfang des Jahres nochmal neu eingebraut. Warum? Weil wir vor zehn Jahren war einfach IPA einfach noch nicht so in Allermanns Munde. und dementsprechend haben wir uns da auch einfach mit den IBUs, mit den Bitternoten einfach erstmal zurückgehalten. Wollten das Ganze für jeden drinkable machen und haben es dementsprechend mit weniger Hopfen und 5,7 Prozent eingebraut. Und jetzt Anfang des Jahres, gut mittlerweile braucht man zumindest den Niederlanden, aber auch in Deutschland sind wir auf einem guten Weg, niemandem mehr zu erklären, was ein IPA ist. Dementsprechend haben wir es nochmal ein bisschen höher mit 6,5 und höheren. 45, 45 IBUs. Genau, genau. Und einfach nochmal ein bisschen mehr Hopfen eingebraut. Und ich finde es wirklich ein großartiges, besonders für eine Core Range, wo ja auch immer irgendwo preislich das eine Rolle spielt, wirklich ein großartiges IPA. Hey, die Pinionnoten, die kommen super raus, aber trotzdem auch die Juiciness, super fruchtiges Bier, ganz, ganz toll. Und genau, zum Funky Felgen habe ich ja schon einiges erzählt. Wir sind da relativ, sagen wir mal so, für eine Craft Beer Brauerei eine unkonventionelle Richtung gegangen, weil wir mit unserer Core Range, sagen wir mal so, viele Brauereien gehen natürlich erstmal, je größer, desto höher, größer, schneller. Und irgendwann realisiert man sich dann, um marktfähig zu bleiben, brauchen wir auch einfach mal ein einfaches Pay-A. Und bei uns ging es die andere Richtung. Also wir haben wirklich ganz, ganz lange an unserer Core Range gebastelt, um die so ausbalanciert wie möglich zu machen. Haben dahingehend natürlich Untapp-Punkte eingebüßt, würde ich mal sagen, weil wir für den Craft Beer Fanatiker dann einfach nicht genug ins Bier gestopft haben. Und genau, da arbeiten wir jetzt gerade dran und das machen wir mit unseren Specials, um einfach mal, da lassen wir mal die Hosen runter und zeigen mir mal, was wir sonst noch so können. Und das ist, da ist vor allen Dingen unser Braumeister Tony, der ist da federführend. Dazu auch nochmal kurz Historie, die zwei Jungs haben natürlich immer selber gebraut. Dann irgendwann war die eigene Brauerei da, 2016, da haben sie sich gedacht, okay, jetzt brauchen wir dann doch mal einen Braumeister, der das vielleicht auch wirklich studiert hat. Haben den Sepp gefunden, Sebastian Feind ist zurzeit Braumeister bei BrewDog in Berlin. Und genau, der war unser erster Braumeister, hat für uns gebraut und wollte dann aber irgendwann dann doch mal zurück nach Deutschland. Genau, braut jetzt eben bei BrewDog. Und wir haben den Tony gefunden, Tony Miller, kommt ursprünglich aus Tasmanien, hat aber ganz lange bei The Colonel, der eine oder andere wird die Brauerei kennen. Genau, als Braumeister gearbeitet und ist der Liebe wegen nach Amsterdam gezogen. Seine Frau ist Niederländerin und seine zwei Kinder sind jetzt auch in den Niederlanden geboren. Und der suchte einen neuen Job und wir brauchten einen neuen Braumeister. Und das passte wie der Dagger auf den Topf. Und er hat sozusagen das ganze Specials-Game eigentlich mitgebracht, hat gesagt, hey komm, wir haben die Rohstoffe, wir haben die Brauerei, wir haben die Knowledge, lass uns das auch machen, lass uns den Leuten mal zeigen, was wir eben neben einfach hoher Drinkability noch alles so können. Und genau, seitdem schauen wir eben auch, dass wir einfach da ein bisschen Variety mit reinbringen. Und das haben wir zum Beispiel auch noch, nämlich das Mango-Rubarb-Sour, also sprich Mango und wie heißt es noch? Rhabarber. Rhabarber, genau, ist das deutsche Wort. Genau, genau. Genau. Sehr schön. Ja, also bringen durchweg, wie gesagt, zweimal jeden zweiten Monat mal einen Sour raus. In den Sommermonaten kann es auch schon mal mehr werden. Die kommen auch super an, halt vor allen Dingen sind natürlich alles Fruited Sours und eben die IPAs. Ja, kannst du mal aussuchen, welches du auch machen möchtest. Wir nehmen das Rivaka IPA. Wo liegt er preislich? Ich habe das normale Pale Ale, habe ich gesehen bei der Biothek, liegt bei 2,99. Genau, ja, also unsere Core-Range ist einfach einsteigerfreundlich, würde ich sagen. Die Leute sollen es eben auch probieren können. Und auch eben, wenn du zum Beispiel hier im Braustädtchen auch am Fischmarkt in Hamburg, da kriegst du unsere Core-Range durchweg für 92, 3 Euro. In der Gastronomie eben nochmal eine Schippe drauf. Aber genau, also viel mehr als 4 Euro für unsere Core-Range in der Gastronomie wirst du nicht ausgeben. Genau. Und natürlich sind die Specials dann, hier steckt natürlich eine Menge Hopfen drin. Das ist natürlich der Preistreiber. Dementsprechend bist du da auch nochmal anders. Aber auch hier kriegst du eben so eine Rivaka im gut sortierten Bottleshop für 4 Euro, um die 4 Euro. Ja, fast klar. Ja, ich finde es ein großartiger Hopfen. Es ist hazy, hat eine super Farbe, sehr gut, guten Schaum. Vom Geruch her, es kommt das Fruchtige mit raus. Aber, also wenn ich es in der Gastronomie verkochte, ich frage die Leute immer, ob sie Tankstellen-Fan sind oder nicht. Okay. Weil du hast halt diesen Diesel, dieses Diesel-Liege mit drin, irgendwie Thea-Straße, was ich großartig finde. Ist das tatsächlich so mineralische Noten, wie man sozusagen ja sagt? Mineralische Noten, ja. Stimmt. Das ist ganz gut. Jetzt, klar, ich meine, das ist natürlich immer der Klassiker. Wenn einer sowas sagt, ist die Assoziation sofort da. Glücklicherweise schmeckt es nicht danach. Nee. Dann kommen halt wieder die Fruchtnoten mit raus. Sehr gut. Auch eine schöne Bittere. Ein rundes Erlebnis. Sehr gut. Was sagt das Label? Wonach soll es schmecken? Genau. Das hätte ich die Bittere. Ist eher Grapefruit. Das hätte ich auch gesagt. Und Citrus-Aroma. Ja. Bold and Fruity. Jawohl. Das auf jeden Fall. Nee, mein Favorite auf jeden Fall von den Single Hops. Nelson Savant. Natürlich auch immer schöner Hopfen. Ja. Aber ich finde den hier, ja, den finde ich nochmal irgendwie interessanter. Ja. Der Nelson Savant wird ja eher in so eine Weißweinrichtung gehen. Wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Ist dementsprechend ein bisschen runder, ein bisschen gefälliger zum Gaumen. Der hier ist ja wirklich schon, genau. Hast natürlich auf der einen Seite das Grapefruit-Ding, auf der anderen Seite aber eben dieses Ruffle, was ich toll finde. Ja. Es ist definitiv hinten raus auch so eine Grapefruit-Bittere. Gut durch. Sehr gut. Ja, Zukunftspläne? Na klar, Weltherrschaft. Nee, was ist unsere Zukunftspläne? Wir wollen in die gut sortierte Gastronomie. Das ist unser Ding. Da fühlen wir uns zu Hause, da kommen wir her und da wollen wir auch in Deutschland hin. Wir wollen, klar, das sagt man immer so, das wollen wir auch, glaube ich, alle als Grapefruit-Brauer. Wir wollen den Normalbiertrinker von unseren Bieren überzeugen. Das klingt, das haben wir schon tausendmal gehört und das klingt extrem platt. Genau, ist ja anscheinend auch total einfach. Total einfach, genau. Ich meine, nur an großen Aufgaben wächst man, dementsprechend. Das stimmt. Nee, ist das schon unser Ziel, einfach dort in die Gastronomie und was mich letztendlich einfach an der Marke, auch als Sanne damals auf mich zukam und gefragt hat, hey, hast du Bock da drauf? Ich meine, meine Craft-Bier-Freude, die ist schon etwas älter, dementsprechend kenne ich mich da ein bisschen aus. Und dann, klar, man sieht natürlich, okay, wie entwickelt sich Craft-Bier in Deutschland und überlegt sich zweimal, ob man das jetzt wirklich jetzt nochmal wieder angehen soll oder überhaupt angehen soll. Also letztendlich, genau, habe ich aber, was mich letztendlich überzeugt hat, ist einfach dieses super Zusammenspiel aus einer sehr stabilen, einsteigerfreundlichen Core-Range und den Specials, die einfach auch eine Credibility haben, die einfach für sich stehen können. Und diese Bandbreite, die es abdecken kann, die gibt uns, glaube ich, die Chance, sowohl eben in einem Salt & Silver oder in einem Galoppa oder Gloria, um jetzt mal Hamburger Gastronomie zu nennen, als auch in den mehr craftigen Läden stattfinden zu können, in der Craft-Bier-Bar. Ja, cool. Weltherrschaft war ich fest von ausgegangen. Na klar, ich meine, das will ich hier gar nicht sitzen. Sag mal, wenn du sagst, du hast dich vorher schon mit Craft-Bier beschäftigt, weißt du noch, was so dein Moment war, wo du das für dich entdeckt hast? Kannst du das irgendwie festmachen? Ja, das weiß ich noch. Ach, guck mal. Ja, das weiß ich noch. Das war zu Studienzeiten. Ich habe in Groningen studiert, deshalb auch meine Niederlande-Affinität. Meine Freundin ist auch Niederländerin, meine zwei Kids sind halbe Niederländer sozusagen. Dementsprechend, ich bin halber Niederländer gefühlt. Und ich habe in Groningen studiert und das war in irgendeiner schummrigen studentischen Kellerbar, wo es dann plötzlich das Raging Bitch IPA von Flying Dog gab. Okay. Und ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Ich habe Flying Dog immerhin so vom Label her vor Augen. Ja, das ist genau so. Du hast, glaube ich, auch, nee, du hast hier ein paar Filmposter, aber Fear and Loathing hast du jetzt nicht hier hängen. Nee. Genau, der Zeichner von Fear and Loathing in Las Vegas, der macht ja auch die, also der, der die Zeichnung da gemacht hat, macht ja auch eben Fear and Flying Dog. Und genau, dementsprechend tolles Label, extreme Hopfenbitterkeit und in dem studentischen Pub einfach immer nur irgendwelche, ja, Heineken, so ein Kreuzchen, was man halt immer so trinkt. Und plötzlich hatte ich so ein, das Raging Bitch in der Hand und ich dachte, alter Schwede, was geht denn hier ab, so was, das, das ist Bier und das geht und das geile Label dazu und dieser abgefahrene Name und sowas kann man halt auch machen. Und das, das war wirklich ein Eye-Opener, das war geil. Und dann, ich habe mir in meiner Fritz-Zeit eine kurze Auszeit, anderthalb Jahre gegönnt und ich bin mit meiner Freundin zusammen die Westküste der USA, also Westküste Amerikas runtergefahren, von Alaska bis Patagonien und das wurde halt auch zu einer Tour de Beer. Okay. Also die ganzen, wir waren bei Lagunitas, bei Rogue, bei Anchor Steam, San Diego, das eine oder andere besucht, Stone Brew in Escondido und genau, dementsprechend, da ist es auch einfach nochmal, nochmal gewachsen. Alles klar. Die, 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 die Bierliebe und die Bierliebe vor allen Dingen zu, zu hopfigen Bieren und genau, dementsprechend, ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, was, wie der, 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 der Weg. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben immer eine Abschlussfrage. Ja, na klar. Und die Abschlussfrage ist immer die nach dem Bier für die einsame Insel, das Desert Island Bier. Das Desert Island Bier, okay, schwierig, schwierig. Also auf der Insel ist es auf magische Art und Weise, es ist immer frisch und kalt da, also da muss man sich keine Gedanken machen mit der Lagerung oder so, aber quasi ist ja verklausuliert die Frage nach dem Lieblingsbier eigentlich. Ja, okay, okay, also viel bedeutet in meiner, in meiner Bier, in meiner Bierwanderung sozusagen hat mir auch das, das Pecan Mud Cake von Omnipollo, das hat wirklich auch nochmal, auch nochmal einiges bewirkt bei mir. Das ist ja eher so ein Bier für die kalte Insel. Genau, deshalb wollte ich das gerade sagen. Ich wollte es mal kurz genannt haben, aber es wird es nicht, weil das ist mehr so, genau, sollte ich irgendwann mal vom Kamin stranden, dann ist das genau das richtige Bier, aber ne, da würde ich das Brown Sugar, auch wenn die Brauerei gehört mittlerweile teilweise zu Heinigen, das ist schade, aber trotzdem das Brown Sugar Substitute Ale von Lagunitas hat mich den kompletten Weg entlang der Westküste der USA begleitet, durch Redwoods, durch die Wälder Washington States, durch die gerade verbrannten Teile Kaliforniens und dementsprechend, genau, da zählt wahrscheinlich mehr die Erinnerung als wirklich das Bier, aber ganz egal, trotzdem, das verbinde ich immer mit Endless Summer sozusagen und ich glaube, das passt für die Insel besser als der Kamin. Das glaube ich auch. Alles klar, super. Lukas, ich danke dir für das Gespräch. Danke, danke dir. Ja, ein Rhabarber Mango Sour von Two Chefs haben wir noch im Kühlschrank stehen, das gibt's dann, wenn wieder Alkohol getrunken wird. Und ich bin sehr gespannt. Ist ja eigentlich gar nicht so dein Bierstier, ne? Nee, vor allen Dingen ist der Rhabarber nicht so meins, aber probieren muss man's ja, ne? Ja, es ist natürlich ein schlimmes Schicksal, das dich da ereilt, aber auch saure Biere sind ja eigentlich nicht so richtig deins. Also nicht so richtig richtig. Nicht so hundertprozentig, aber schon eher als Rauchbier. Das wissen wir ja jetzt. Aber es war doch gar nicht so ein schlimmes Rauchbier. Also für alle, die sich jetzt fragen, was reden die da über Rauchbier, den kann ich empfehlen, in die letzte Folge reinzuhören. Da hat Stefan sich wirklich vehement gegen Rauchbier gewehrt und der ist doch nicht drum rumgekommen. Und es war auch gar nicht so schlimm. Okay. Es scheint mir, um es mit deinen Worten zu sagen, ein schönes Gespräch gewesen zu sein. Ja, das war ein schönes Gespräch mit Lukas auf jeden Fall. Und ich finde Two Chefs auf jeden Fall die Geschichte, die wir weiter beobachten werden, die genau hier in Hamburg ja ganz gut zu kriegen ist, gerade in der Gastronomie. Und da freut man sich immer, wenn dann mal so ein Bierchen am Hahn ist irgendwo. Ja, das Schöne ist, die sind dann auch so überraschend da. Also wenn du in so Läden gehst, wo du jetzt nicht zwingend hingehst, weil du eine kreative Bierauswahl erwartest. Genau, das sagt er ja auch im Gespräch. Und dann stehen die da auf einmal so. Das ist, finde ich, wirklich eine schöne Strategie. Ja, ja, absolut. Ja. Und es muss ja auch erstmal gar nicht die Weltherrschaft sein, wie wir hören. Kleine Ziele soll man sich setzen. Dann kann man sie nämlich besser erreichen. Genau. In kleinen Schritten. Alles in kleinen Schritten. Also auch hier haben sie ja eine gute Strategie. Absolut. Wollen wir zu unserem Haupt-Echt kommen? Ja, sehr gerne. Silvia Kopp. Ich freue mich ja wahnsinnig, dass wir sie in diesem Podcast haben, weil sie wirklich jede Menge Bier-Know-how hat. Die Frau hat ja schon ein Bier gemacht, da haben wir beide noch an der Flensflasche genuckelt. Ich sag's dir. Ich habe eher an der Becksflasche genuckelt, egal. Sie ist Autorin, sie ist Rednerin, sie ist Dozentin zum Thema Biersensorik und Stilkunde, sie ist Bier-Sommelier, sie ist Gründerin der Berlin Beer Academy gewesen. Bis 2016 war sie da am Start ungefähr. Sie war Europabotschafterin der amerikanischen Brewers Association. Sie ist Hopfenexpertin, arbeitet unter anderem bei Bart Haas. Die ist wirklich 100 Prozent Bier. Ja, das kann man wohl sagen. Hat ein Buch geschrieben, das du sogar gejagt hast in den Weiten des Internets in einem Antiquariat, weil es ist vergriffen. Quasi in einem Antiquariat, ja. Habe ich gestöbert. Hast du gesehen? Mich durch staubige Bücher gewälzt. Ja, mit den Händen hast du dich da so durchgewühlt und ganz unten war noch ein Exemplar. Das ist eine so schöne Geschichte. Sie ist leider nicht wahr, wie wahrscheinlich die ein oder andere Ahn. Aber du hast es gefunden in einem dieser Online-Shops. Es heißt Das Craft Beer Buch und ist damals im Berliner Gestalten Verlag erschienen, auf Deutsch und auf Englisch. Also was soll ich sagen, die Frau ist echt Bäm und sie ist zu Gast in diesem Podcast. Sie kommt eigentlich aus dem Journalismus, hat ein Volontariat gemacht, war Redaktionsleiterin bei einer Fachzeitschrift für Getränke. Und ist dann aber schon 2006 in die Ausbildung gegangen, zur Diplom-Bia-Sommelier bei der Dömenz-Akademie in München. Da war sie echt früh dran. Und wir werden sie später auch fragen, wie viele Frauen denn da mit ihr zusammen in diesem Raum saßen? Spoiler, das waren jetzt gar nicht so viele. Nee. Also eine wirklich irre tolle Person. Habe ich schon gesagt, dass sie irre ist? Du siehst, ich bin ein totaler Fan. Ja, ja. Und ich wette, nach diesem Podcast werdet ihr das auch sein. Es ist 11 Uhr und es wurde Zeit, dass wir uns treffen. Ich hätte es gerne persönlich gemacht oder wir hätten es gerne persönlich gemacht, aber heute digital Silvia Kopp. Und wenn ich mir angucke, was Silvia Kopp macht, steht da eine ganz lange Liste von Weltreisenden bis Bierstilistik-Experten und Keynote-Speakerinnen und ganz, ganz viele Talente, die du da einbringst. Was genau machst du gerade, Silvia, aus dieser langen Liste? Gute Frage. Wirklich eine gute Frage. Ich habe gerade eine Reportage über Neville Wild Ales eingereicht. Und hinterher fühlt man sich immer so leer. Ich weiß gar nicht, was man als nächstes machen soll. Ich schreibe da eben für die Brauwelt Reportagen über Brauereien und das macht mir sehr viel Spaß. Ja, ich bin Co-Trainerin an der Hops Academy. Zusammen mit Christina Schönberger unterrichten wir zum Beispiel den Hops Flavoris-Kurs. Und das ist zumindest mal der Kern. Und ansonsten, ja, es wird noch mehr kommen in diesem Jahr, worauf ich mich freue, an Publikationen und Veröffentlichungen. Genau, Stichwort Publikation. Du hast ja quasi einen Klassiker geschrieben. Ja, du hast das erste Standardwerk über die Craft-Bier-Szene geschrieben. Ja, wir haben es tatsächlich auch, ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Wir haben es tatsächlich auch hier, wenn wir es auch antiquarisch gekauft haben, weil das ist 2014, glaube ich, erschienen. Also es gibt es ja gar nicht mehr. Und das ist auch ein echter Tipp für die Hörer vielleicht, sich das mal zu besorgen, wenn man das noch irgendwo kriegen kann. Und weil es auf jeden Fall einen historischen Wert hat, weil es ist total schön, also von allem, abgesehen von allem anderen natürlich auch. Aber es ist total schön, da lang zu blättern und zu gucken, was zu dem Zeitpunkt, als du um die Welt gefahren bist und die Brauereien besucht hast, irgendwie was da alles passiert ist und wie viele auch gewachsen sind in der Zwischenzeit. Oder einige gibt es ja auch schon nicht mehr im Zweifel, wie sich das alles verändert hat. Das ist wirklich ganz toll. Also man sieht da ja quasi noch Jugendfotos von den Menschen. Ja, stimmt, total. Und ganz viele sind übernommen worden, was ja auch ein Zeichen für Erfolg ist, kann man ja so sehen. Ja, natürlich. Und das ist richtig, ja. Ja, und es ist auch so eine unglaubliche Aufbruchstimmung, die sich da widerspiegelt. Total. Das waren wirklich andere Zeiten, ja. Absolut. Und es war was absolut Neues. Also überhaupt über Bier so zu reden und diese Kraftbierbewegung im Anschwung zu haben, endlich auch auf Deutschland, das war toll. Ja, das glaube ich. Ich würde gerne noch, bevor wir auf das Buch weiter eingehen, wir haben da auch Fragen zu bekommen. Ah, guck. Erst mal darauf eingehen, wie du denn überhaupt auf die Idee gekommen bist, nicht nur dieses Buch zu schreiben, sondern überhaupt in die Bierbranche zu wechseln. Denn von Haus aus bist du ja Journalistin. Du hast ein Volontariat gemacht bei einer Tageszeitung. Und was ist dann passiert? Ja, ich habe mich dann entschlossen, in Hamburg zu studieren und bin über meinen Studentenjobs, ich habe auch bei Verlagen gearbeitet, zum Beispiel bei TV Movie, aber ich hatte zuletzt einen Studentenjob bei der dpa-Tochter News Aktuell und war dann da und habe mich ehrlich gesagt gelangweilt. Und ich wusste, ich will wieder inhaltlich arbeiten und zusammen mit meinem Lebensgefährten habe ich das Interesse an Bier entwickelt. Wir waren vor allen Dingen in Belgien unterwegs und dann habe ich mich darauf ausgerichtet. Ich habe gesagt, das ist mein Thema und da schaue ich mal, was geht. Und es war eine Stelle frei beim Fachwala Hans Karl als Redaktionsleiterin, da habe ich mich beworben und bin genommen worden. So, das war Step One in diese Bierwelt. Der Fachverlag Hans Karl gibt die Brauwelt heraus und so kam ich in die Branche und das hat leider nicht allzu lange gedauert, weil das Heft hatte einen Relaunch, aber das Versprechen nicht gehalten, ein super großer Erfolg zu werden, so wie der Verlag sich das vorgestellt hat, sodass ich schon nach drei Jahren dort entlassen wurde und hatte aber gleichzeitig die Möglichkeit, diese Biersommelier-Ausbildung zu machen. Und das war so etwas, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich von meinem Ursprung her, die belgischen Biere so begeistert getrunken zu haben, was ich machen will. Ich habe diese Ausbildung dann machen können, noch während meiner Anstellung im Verlag. Und als ich dann frei war, habe ich mich auch entschieden, frei zu bleiben, weil ich wusste, die Sachen, die mich da so begeistern, die kann ich nur rüberbringen, wenn ich es als freier versuche. Wir reden davon im Zeitraum 2006, 2007, richtig, die Ausbildung? Du hast die bei Dömenz gemacht. Ich glaube, damals gab es das auch nur bei Dömenz, oder? Gab es andere Möglichkeiten, eine Biersommelier-Ausbildung oder Biersommelier-Ausbildung zu machen? Wie viele haben die mit dir gemacht und wie viele Frauen waren da? Sehr gute Frage. Ja, das waren so zwölf, Kursgröße zwölf Leute und wir waren vielleicht drei Frauen. Da war noch eine aus Bremen, ich bin ja auch in Bremen geboren, die kam aus der Gastronomie und eine weitere aus der Schweiz. Klar, Frauen in der Minderzahl. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Regine, aber... Schon besser, tatsächlich. Ja, ja. Da waren durchaus mehr Frauen. Wir haben ja jetzt auch gerade im sensorischen Bereich einige Frauen. Wenn es natürlich ums Brauen geht, um die Materie, dünnt sich das doch stark aus. Und wenn wir über das Management sprechen von Brauereien, dünnt sich das noch mehr aus, glaube ich. Aber ansonsten in diesem Biersommelier-Bereich war das schon glücklicherweise anders. Aber du bist ja eigentlich eine Pionierin. Würdest du dich selbst so bezeichnen? Ja, und zwar auch deshalb, weil es interessiert mich nicht, über das zu reden, über Felder zu reden, die andere aufgemacht haben. Das ist so mein Charakter. Das gehört zu meiner Persönlichkeit. Insofern bin ich immer die, die das Neue sucht und das auch umsetzt und erklärt und zeigt. Und inwieweit das dann wirksam ist, ist es eine ganz andere Frage. Aber ich bin wirklich vom Typ und was mich begeistert, eher die Person, die Ausschau nach dem Neuen hält und auch das nach dem, was jetzt angefiffen ist. Was notwendig ist. War Bier und ist Bier notwendig? Die zweitschönste Nebensache der Welt, ja. Weiß nicht. Das habe ich mich auch oft gefragt. Vor allen Dingen, wenn die Leidenschaften da so hochschossen und man sich gestritten hat, was jetzt nun echtes, richtiges Craft Beer ist. Und wo ich immer nur dachte, es ist aber auch nur Bier, ja. Andererseits aber ist Bier wirklich der Spiegel der Gesellschaft. Wenn wir schauen, welche Rolle das Bier jeweils einnimmt durch die vielen Epochen, dann ist das Bier auch immer Pionier. Immer vorneweg an der gesellschaftlichen Entwicklung. Und da kann man sehr viel dran ablesen. Wir alle sind auch nur so emotional mit diesem Bier verbunden, weil es dieses kollektive Wissen darum gibt. Also nicht nur, aber auch. Meinst du mit wir alle Menschen, die jetzt sich mehr mit der Bierkultur auseinandersetzen oder wir alle das ganz große Kollektiv, spricht die Gesellschaft? Naja, ich meine schon das große Kollektiv, aber es betrifft natürlich die, die überhaupt Bier trinken, sagen wir mal. Also Leute, die gar keinen Zugang dazu haben, nicht. Aber ich denke, es ist schon, ja, es ist ein Kulturprodukt und hat die Menschheit durch alle Epochen begleitet. Und diese Verbindung ist einfach spürbar. Wir nennen es in unserem Podcast ja gerne die längste Liebesgeschichte der Welt seit mehr als 10.000 Jahren. Sozusagen, ja. Sehr schön, ja. Immer wieder mit Krisen, aber immer noch da vorneweg. Du hast diese Craft Beer Bewegung ja auch durchs Reisen kennengelernt. Du sagtest Belgien. Du hast, glaube ich, auch im Ausland studiert, in den USA. Mhm. Also ich glaube, du hast aus dem Ausland diese ganze Geschichte mitgenommen und hast dich gefreut damals. Ah, es passiert was in Deutschland. Wann war das, als du das registriert hast? Ähm, das war eigentlich wirklich zu Beginn meiner freien, freien Arbeit. 2007 war ein bemerkenswertes Jahr. Ich war dabei, als Garrett Oliver bei Schneider Weiße den Hopfen in den Kessel geschmissen hat, um die Hopfenweiße einzubrauen. Ein ikonischer Moment. Ein ikonischer Moment. Ein ikonischer Moment. Und dann hinterher im Tasting unter großen Vorwarnungen das erste IPL getrunken habe. Und begeistert war, also ja. Und zur gleichen Zeit muss man ja sagen, um die Zeit wurde auch Fuhrmann von Mikkela in Dänemark. Der hatte sich gegründet. Und man hörte auch Brewdog durch die Medien rasseln mit ihrem Sing the Bismarck und diesem Streit. Also die waren ja sogar in der Bild-Zeitung und das ging los in Europa. Ja. Und ich war damals so dankbar für jedes IPA, das in Deutschland gebraut war. Und das war zum Beispiel Fritz Wülfing, Alemania. Damals hieß das noch Fritz Ale. Das war Erik Toft bei der Schönramer Brauerei. Und ja, wen kann man noch nennen? Und das sind jetzt erstmal die beiden, ach so natürlich, und die Braufaktum-Geschichten kamen dann auch etwas später. Aber das waren zunächst mal die einzigen Bezugsquellen, die wir überhaupt zur Verfügung hatten. Und dann hast du angefangen, die Kunde sozusagen reinzutragen in die Gesellschaft. Das fühlt sich so wahrscheinlich an wie eine kleine Mission, oder? Ja, das war so ein bisschen so. Aber es ging auch darum, überhaupt erstmal mit Brauern zu sprechen. Also ich habe auch natürlich über klassische Brauereien geschrieben und mit, aber auch immer wieder in Interviews so das diskutiert. Wie seht ihr das? Und damals war ja noch nicht mal klar, ob Hopfenstopfen erlaubt ist. Und dann war das, dann musste man da irgendwie gucken, dass die da vielleicht doch ein kleines bisschen über ihren Schatten mal springen und es einfach war. Und es ist schon witzig, wenn wir jetzt darüber reden, wie viel Wasser doch die Spree runtergelaufen ist und wie sich Craft Beer verändert hat. Und das ist echt irre. Ich finde es total spannend, weil du, ich bin relativ spät oder wir beide sind relativ spät. Wir sind ja beide ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Ja, 2014, 2015. 2015 eingestiegen. Das war in Hamburg so der Beginn, wo die Szene lauter wurde, sage ich mal. Da waren auf einmal so Läden, da gab es dann auf einmal das alte Mädchen und es hieß, da gibt es so anderes Bier. Und da waren die Leute, die offen sind für neue Genüsse, durchaus begeistert. Und es gab dann schon so eine kleine Welle. Aber du bist natürlich viel früher eingestiegen. Und ich glaube, für dich sind diese Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, auch noch viel krasser als für uns, oder? Mhm. Wie erlebst du denn die Veränderungen, die du gerade eben anmoderiert hast sozusagen? Ja, naja, als ich angefangen bin, war Deutschland im Dornröschenschlaf. Da gab es nur unsere bayerische Vielfalt. Aber von meinen Erfahrungen und aus der Zusammenarbeit mit Brauereien damals wusste ich auch schon da, das ist nicht weit her. Die wollen eigentlich alle so schmecken wie große Fernsehbiermarken, um verkauft werden zu können. Und dass sich auch die Bierstile diesem Ideal angenähert haben. Und ich weiß noch, es gab auch keine Nachfrage oder Relevanz für Tastings. Ich hatte mal einen Auftrag für eine große Brauereigruppe, ein Biermenü zu moderieren und zu kreieren. Ja, aber es sollten alle Pilzbiere dieser Brauereigruppe sein. Und das war einfach schrecklich. Am Ende ging der Journalist raus und sagte, sag ich ja, Bier geht immer. Aber nun gut, ich habe dann am Anfang eben mehr geschrieben und nicht so viele Tastings gemacht, logischerweise. Und ich über das Schreiben, und das war eigentlich mein Einstieg ins amerikanische Craft Beer. Ich war in den 90ern mit dem Studium da, also zehn Jahre später bin ich dann für Essen und Trinken in die USA gereist. Ich habe mir das Great American Beer Festival angeschaut, drüber geschrieben. Und ich durfte Garrett Oliver nochmal in New York interviewen. Und mir war da schon klar, einfach weil das da so sprudelte und so energetisch war, dass das nach Europa und nach Deutschland auch kommen würde. Aber wann und wie, da konnte man sich ja nicht sicher sein. Also fährt man zurück und arbeitet mit dem, was man hat. Und wie ist der Stand heute aus deiner Sicht? Ja, ich denke, irre Entwicklung. Eine Dekade Craft Beer in Deutschland. Wir waren vielleicht das letzte Land in Europa, was auf diesen Wagen gesprungen ist. Aber ich finde es enorm. Ich finde, wir sind ein bisschen, es stagniert ein bisschen. Und ich war auch zwischendurch ziemlich gelangweilt, weil mir eine Entwicklung, die fand ich am Anfang sensationell, nämlich Juicy and Hazy Biere. Und dann gibt es noch, ja, dann gibt es noch Fruchtbiere und Pastrybiere. Das stagniert und das fühlt sich auch nicht mehr authentisch an für mich, für meine Seite. Aber ich will denen nichts vorwerfen. Die haben immerhin geschafft, einen Markt über Social Media zu eröffnen, der für diese Brauereien wunderbar funktioniert. Aber ich, also ich persönlich sehe da auch Grenzen. Was meinst du mit nicht mehr authentisch? Naja, ich habe so den Eindruck, sie sind angetreten, Biere zu brauen, die sie selber mögen. Das sagt aber ja jeder. Und das ist ja auch richtig, so soll es ja auch sein. Aber letztendlich, was produziert wird, sind immer Spin-offs. Das heißt, immer Varianten der gleichen Sorte. Und das sind für mich erstmal keine ausgereiften Biere, sondern Experimente. Diese Brauer kommunizieren nicht, wohin sie mit jedem Spin-off wollen. Es steht nur noch drauf, welche Hopfensorten drin sind und vielleicht welches Malz-Profil da drin ist. Und letztendlich ist es ein reaktiver Aktionismus, nämlich auf einen Nachfragesog, der von außen kommt. Das heißt, wenn ich ein neues Bier kreiere, poste und dann ein neues Artwork auf der Verpackung ist, verkaufe ich auch, sonst nicht. Und das ist etwas, wo man ganz stark auf außen reagiert und nicht mehr guckt, was will ich eigentlich? Und was interessiert mich? Und für mich ist es so, leider als Biersfamilie, und das geht euch bestimmt ähnlich, kann man ja auch darüber gar nicht berichten und mit diesen Bieren arbeiten, weil so wie ich mir den Zugang dazu verschafft habe, ist es schon wieder ausgetrunken. Das Nächste steht an, ich kann es in kein Biermenü integrieren und ich kann auch keine Kritik darüber schreiben. Also lasse ich es. Und das bedeutet auch, es wird auch in der Kommunikation nicht wirklich ein Fundament gelegt für eine Bierkultur. Ja, verstehe, was du meinst, alles klar. Das heißt, du hast gerade so einen gelangweilten Stand oder wie betrachtest du die Zukunft von diesem gelangweilten Stand? Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Das ist natürlich, wenn man jetzt die Bierkultur beschreiben will, nicht zu vernachlässigen. Man muss das erwähnen, weil es einfach so massiv ist. Traurig ist, dass diese Juicy & Hazy-Welle alle IPAs quasi beeinflusst hat und die Geschmacksprofile ins Fruchtige gehoben hat. Und wir, was das Thema Hopfen betrifft, die ganz andere Seite des Hopfens, nämlich holzig, aromatisch, menthol, kräuterige Noten, würzig, grüngrasig, nicht mehr so finden. Und das vermisse ich. Aber ich sehe eben tatsächlich wieder in der Opposition zu diesem, ich sag mal, zu diesem von Social Media getriebenen Consumer-Trend, ich nenne es jetzt Consumer-Trend, um die Brauer aus der Verantwortung zu nehmen. Das machst du sehr gut. Sehe ich eine andere Bewegung, die eigentlich noch unterm Radar läuft, aber die in vielen Sachen ganz anders agiert. Und wenn man mit den Leuten spricht, wird das auch nochmal deutlich. Und das ist sozusagen moderne Farmhausbrauereien. Ja. Du meinst sowas, das entspricht dem Zeitgeist, ich weiß, woher es kommt. Und so wirkliche Craft-Bewegung, wenn man so will. Oder was meinst du mit Farmhausbrauereien, moderne? Ja, genau. Ich meine jetzt nicht Brauereien, die zufälligerweise ihren Sudkessel in einem ehemaligen Bauernhaus erlitten haben. Wollt es ja auch geben. Ja, das gibt es. Das gibt es. Und das ist auch sehr schön und idyllisch. Und da fährt man bestimmt auch gerne hin. Und eben, genau. Ich will das ja nicht abwerten. Nein, aber was ich genau meine, ist eigentlich ortsbezogenes Brauen. Ja. Mit Zutaten, die entweder in der Umgebung gesammelt sind oder im eigenen Garten geerntet sind. Manche haben sogar Felder und bauen die Getreidesorten an. Oder aber sie, wie Neville das macht, Hut ab, die beziehen alle ihre Rohstoffe aus ihrer Heimatprovinz. Und das, da entsteht ja auch ein tolles Netzwerk. Total. Wenn sie mit Leuten zusammenarbeiten, die Permakultur betreiben oder ökologisch arbeiten. Ja, also ortsbezogenes Brauen. Und vor allen Dingen sich aus diesem reaktiven Aktionismus, aus dieser Matrix aussteigen und gucken, was bieten die Jahreszeiten aus der Natur an, womit ich brauen kann. Wie kann ich das umsetzen, auch langfristig. Manche Biere werden im Fass dann ausgebaut und lagern sehr lange. Und da gibt es unendliche Spielmöglichkeiten, ganz viele Hybridstile und Geschmäcke, die zusammenkommen. Und das, davor ziehe ich meinen Hut, das finde ich total spannend. Und ja, es antwortet auch auf die drängenden Fragen, wie kann eine kleine Brauerei eigentlich nachhaltig arbeiten. Und sehr viele Antworten bekomme ich von den anderen Kraftbrauern zu diesem Thema noch nicht. Ich finde, das ist auch ein Feld, was dringend bearbeitet werden muss. Weil jetzt, das ist ein anderes Thema, aber wir wissen, je größer ein Unternehmen ist, umso mehr kann es skalieren, umso mehr kann es alljährlich die neuen Superzahlen zum Thema Nachhaltigkeit und CO2-Abdruck vorweisen. Aber wie funktioniert sowas eigentlich bei Kleinen? Da müssen wir ganz neue Parameter schaffen, bin ich der Meinung. Das ist auf jeden Fall ein Projekt. Das schafft man als kleine Brauerei natürlich nicht alleine. Das heißt, da sprechen wir im Grunde über Netzwerkaktivitäten, übergeordnete Netzwerkaktivitäten, dass man sich wieder zusammenfindet. Hast du denn das Gefühl, dass das in der Szene auch schon gut genug angenommen wird mit den kleinen Farmhausbrauereien? Also bisher ist das ja ein komplettes Nischenthema. Totales Nischenthema. Und man muss ja auch sehen, wenn die 500 Hektoliter im Jahr produzieren oder verkaufen, dann ist das schon mal was. Ja, man freut sich ja auch immer, wenn man das irgendwo findet. Wir waren irgendwie in der Nähe von Leuven, ist Hof Tendormal oder so heißen die. Die haben wir besucht 2019. Und wenn ich das dann irgendwo sehe, freue ich mich natürlich total. Weil, also ich meine, die machen, glaube ich, wie 2000 Hektoliter oder so. Also die machen schon ein bisschen mehr. Aber ist halt quasi nicht zu finden. Naja, Buddelschip raut das gerade hier aus. Buddelschip fängt gerade an. Das ist halt so eine neue Geschichte. Genau. Dann haben wir Kempe. Kempe. Da sind schon mal in Deutschland zwei, was eine sehr hohe Rate ist. Ja. Dieses Land. Und wenn man mit denen redet, zumindest mit Kempe, dann weiß man, er verkauft gar nicht das meiste in Deutschland. Also trotzdem haben wir zwei, die das machen. Und naja, das ist eben die Sache. Das ist noch unterm Radar. Und ich merke aber, wenn ich mit Leuten darüber rede und auch mit Brauern darüber rede, dann höre ich ganz oft, ja, das möchte ich auch machen. Oder das interessiert mich. Oder junge Leute, die sich überhaupt jetzt für das Thema Landwirtschaft und Anbau interessieren und dann das vereinbaren mit dem Thema Bier. Ich kann mir vorstellen, dass gerade hier im Osten, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, sowas schon, die Saat schon gesät ist für solche Projekte. Ja. Ist natürlich eine zusätzliche Säule, denn so wie ich die Szene erlebe, ist es natürlich auch nach wie vor ein urbanes Thema. Voila. Ja, das kommt noch dazu, dass das ganz spannend ist, zu sehen, was sind das denn eigentlich dann für Bedingungen und Anforderungen, wenn man dann plötzlich auf dem Land ist. Und wie kriegt man dann sein Bier? Wie erreicht man, wie bekommt man Reichweite? Ja, das kommt dazu. Ich meine, das ist natürlich, also was wir im Moment ja insgesamt so mitbekommen, ist ja der Lager-Craise sozusagen. Die klassischen Lagerbiere sind ja auch wieder sehr, sehr gefragt. Aber genau wie du sagst, das ist halt ein Thema, glaube ich, in den großen urbanen Bierszenen. Ob das in kleineren Bereichen so ist, irgendwie keine Ahnung. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, bei deiner Biersommelier-Ausbildung, dass Leute, die halt in Deutschland in den kleinen Orten sitzen, wo du nicht eben mal drei Craft-Beer-Stores hast oder vier, wo du die ganzen Hazy-IPAs frisch kaufen kannst oder so und so viele Läden, wo die am Hahn sind, da ist das überhaupt nicht so ein Thema. Also das kommt eben halt auch noch dazu. Also man ist dann nochmal in der Blase, in der Blase. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ja, das stimmt. Also. Das stimmt. Und die Blase ist ja auch gelangweilt in der Blase, weshalb sie sich wieder auf den Lagerhyper irgendwie ausweicht. Das kommt auch noch dazu, ne? Genau. Ja, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es eine Landbewegung im Allgemeinen gibt. Also vorausgesetzt immer, dass das WLAN-Netz stark genug ist. Ja, das stimmt. Aber wenn das dann so ist, dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Und ich sehe da eine große Affinität, auch in der jüngeren Generation, da tätig zu werden. Und ja, vielleicht ist tatsächlich, ich muss gerade daran denken, ich habe mich letzte Woche mit einem Kollegen unterhalten, wo ich merke, der möchte gerne, also der jetzt überhaupt nichts mit Bier zu tun hat, sondern der das eben halt mitbekommt, dass ich den Podcast mache, hat auch ein paar Folgen gehört, aber das war ihm eigentlich alles viel zu viel. Und der möchte aber gerne schon auch Bier so sozusagen als gutes Lebensmittel kaufen. So, er weiß aber auch nicht so richtig, was er da tun soll. Habe ihm dann halt so ein paar Tipps gegeben. Und merke dann immer, weil wir nämlich auch mitbekommen, es gibt manchmal regional irgendwelche Brauereien, die quasi nur in den Biomärkten stattfinden. Das funktioniert nämlich, genau was du sagst, auf den kleineren Städten und lokal, sowas funktioniert alles, wenn es da eben halt eine Bezugsquelle gibt. Und die Leute kaufen es in den Biomärkten, weil sie da auch eben gewohnt lokale Lebensmittel kaufen. Und dann kaufen sie halt auch ein lokales Bier. Und sie sind es gewöhnt, höhere Preise zu zahlen. Und sie sind es gewöhnt, höhere Preise zu bezahlen. Das kommt da, glaube ich, ganz gut zusammen. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Das stimmt. Kann natürlich jetzt nicht jeder so. Du wohnst zum Beispiel in Berlin. Wie nimmst du denn Berlin wahr gerade so? Ich habe das große Glück, oder ich freue mich sehr darüber, dass ich mit Sven Förster zusammenarbeite. Und wenn ich Zeit habe, also einmal in der Woche in dem Bottleshop Biermeister verkaufe. Ich wollte auch nämlich wissen, wie ticken eigentlich jetzt so die Biertrinkler. Du willst dann die Basis. Ich bin an der Basis. Und ich kann nur sagen, Geld spielt keine Rolle. Ich meine, das ist natürlich schon eine Hürde, dann 20 Euro für eine Tirell-Flasche auszugeben. Aber auch da mit den richtigen Argumenten ist das also nicht so schwierig. Und Geld spielt keine Rolle, sondern es geht um Qualität. Und das wird auch im Bier gesucht. Ja. Zumindest da. Und an anderer Stelle kann natürlich sein, dass sie dann doch, weiß ich nicht, einen Sternikasten noch auf dem Balkon haben, so für alle Tage. Und am Sonntag kommt dann eben das gute Bier auf den Tisch. Naja, vielleicht ist das auch ein Weg rein in die Spezialitäten-Ecke. Ich glaube, es gibt durchaus auch Tendenzen, mehr noch diese Barrel-Aged-Geschichte auszubauen. Ich weiß, Lemke zum Beispiel macht im Februar eine Barrel-Summit, die erste. Ja. Versuchen sie, glaube ich, auch das für sich noch weiter als Merkmal auszubauen. Als Markenmerkmal. Kehr wieder, versucht selbiges. Die möchten eigentlich auch ihre Barrel-Aged-Biere hier weiter ausbauen, weil das einfach ein Bereich ist, der ist special. Da musst du zwar viel investieren, aber du kannst viel Geld auch wieder rausholen. Super. Ich finde das total toll, weil das ist auch genau das, was ich vermisst habe. Wir haben keine High-End-Produkte oder wenig High-End-Produkte über jetzt die Covid-Zeit gehabt. Also viele haben ihre Barrel-Geschichten eingestellt, was so von Schneider kam oder auch Kamba hatte. War sogar ein Barrel-Aged-Festival. Ich denke, dass es immer noch nicht beendet und die stehen in den Startlöchern, aber es fehlte eigentlich so dieses Luxus-Bier-Regal bei uns. Und da bin ich total dankbar, wenn das kommt und wenn das gefüllt wird. Aber das ist natürlich so eine Geschichte, damit erreicht man den normalen Biertrinker, glaube ich, noch schwerer. Weil der steht da und denkt sich, Bier, 20 Euro, forget it. Also warum? Das ist richtig. Und dafür brauchen wir die Gastronomie und wir brauchen den guten Fachhandel. Das geht nicht anders. Und wir sehen ja, was dabei rauskommt, wenn nur noch der Handel am Drücker ist. Eine Tsunami-Welle von Helles. Ja, die habt ihr Berliner ja dem Rest der Republik aufgedrückt sozusagen. Das ist ja in den Spätis anscheinend entstanden. Ach, das ist grauenhaft. Herzlichen Dank. Ja, wer bildet diese Späti-Leute aus? Die müssen unbedingt besseres Bier verkaufen. Ja, Silvia. Du sitzt doch da an der Quelle. Das ist auch Basis. Da sind die Spätis. Ja, stimmt. Ich meine, ja. Sollte man sich wirklich mal vornehmen, genau. So einzelne Nachtzüge kannst du durch Berlin wandern. So eine Späti-Rute. Ja, immer mit so einer Bierfibel unterm Arm. Und guck mal wieder. Vielleicht mit einer neuen Version des Buches. Das ist ein guter Punkt, um vielleicht eine Hörerfrage an dieser Stelle einzustreuen. Nämlich von Daniel König. Den kennst du, glaube ich, auch. Ihr seid euch bestimmt schon mal begegnet. Ja. Fragt Silvia doch mal, ob es ein Update ihres und Kölkers Buch aus dem Gestalten Verlag geben wird. Das wäre so schön. Das ist das, über das wir am Anfang gesprochen haben. Ja, ja. Danke, Daniel, dass du das ansprichst. Nee, habe ich noch nicht versucht. Ich habe auch gedacht, das ist ja langweilig, ein Update. Aber wenn ich mich hier so mit euch unterhalte, vielleicht wäre es doch die Mühe wert. Zumal, du hast ja auch da gleich, wenn du überall nochmal nachhakst, direkt mit einer Weltreise verbinden könntest. Vielleicht solltest du das in der Wege umziehen. Ja, man muss, genau. Das wäre natürlich toll. Man muss Dinge verbinden. Das ist vielleicht auch im Moment nochmal einzustreuen, dass du ja auch so Ambassador-Tätigkeiten hast, nicht wahr? Du hast eine besondere Verbindung zu dem US-Raum, craftbiermäßig und biermäßig. Und zu Orval, das wissen fleißige und aufmerksame HörerInnen aus unserer Weihnachtsfolge. Das stimmt. Aus dem vorletzten Jahr. Erzähl mal, du bist Ambassador für? Ja, Regine, das war ich. Ich war das von 2014 bis 2018. Ach, verdammt. Ja, das war ein richtiger Job, war wirklich toll, aber es ist auch gut, dass es geendet hat, weil da war dann nichts mehr zu tun. Danach. Und ich war eben in Europa für die tätig und habe so Tastings und Kurse gegeben von Moskau bis Barcelona, sage ich mal. Und das war wirklich eine tolle Reiserei. Dummerweise war aber von Anfang an auch die Ansage, ja, der deutsche Markt interessiert uns nicht. Und das war schon komisch, dass ich hier mein Netzwerk für die Tätigkeit gar nicht so nutzen konnte, aber gut, dann war ich eben unterwegs. Und ja, Orval, das ist wirklich, da war ich noch völlig naiv und unwissend, da habe ich mich schon in das Bier verliebt. Aber wem erzähle ich das? Ich meine, wir wissen, dass es ein besonderes Bier ist und viele Brauer sehen das ja auch als ein ganz wichtiges Bier in der Szene. Und deine besondere Verbindung mit Orval noch einmal zusammengefasst für die, die die Weihnachtsfolge vielleicht nicht im Ohr haben. gut, also ich habe getrunken und geliebt, weil ich damals dachte, wow, das riecht, das riecht nach Blumen und immer wenn es blumig riecht, dann geht mein Herz auf. Das riecht das kopfische Herz auf. Ja. Und ja, und dann später bin ich auch wieder für Essen und Trinken in Belgien unterwegs gewesen und habe Orval besucht und war tatsächlich dabei, wie die die Säcke aus dem Gärtank, die Hopfensäcke aus dem Gärtank zogen und es war noch mehr Blumengeruch. Also dann die nächste Stufe der Verliebtheit erreicht. und dann war ich auf einer Pressereise und auf dieser Pressereise war ein wallonischer Minister und den habe ich über Orval aufgeklärt, der wusste das nämlich nicht. Und daraufhin hat er mich vorgeschlagen, dass ich in die Bruderschaft, Schwesterschaft Orval Les Sassons d'Orvaux, heißt es auf Wallonisch, aufgenommen werde und das war dann auf dem Bierfestival in Straßburg, wie heißt es noch, das kam aus Kanada, da wurde ich dann sozusagen eingeweiht und habe diese Medaille bekommen. Ach super. Und das war für mich etwas, das habe ich überhaupt nicht angestrebt, niemals kommen sehen, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber in dem Zeitpunkt war ich so, wow, das Leben ist bunt. Sehr gut. Das heißt, die Medaille ruht noch heute mit dir da zu Hause. Ja. Ach, schön. Und es ist wirklich, es ist das Bier für die besonderen Momente, es ist echt mein Heiligtum. Ich habe eine Frage, die passt eigentlich ganz gut, weil du gerade so begeistert bist und die Menschen sehen dich ja nicht, das Glück haben nur wir, aber du strahlst wirklich, während du dieses Bericht ist. Ja. Also das ist wirklich eine true story und Ben fragt, einer unserer Hörer, meine Frage an Silvia Kopp, hast du den Weg in den Bierprofessionalismus jemals bereut und würdest du mit deinem heutigen Wissen irgendwas anders angehen? Nee, ich habe das nicht bereut. Ich, überhaupt nicht. Würde ich das anders angehen, kann ich nicht sagen. Nee. Okay. Man, man, man folgt halt seinen Möglichkeiten. Ich bin, ich bin froh, dass ich nicht, nachdem ich, also, nachdem ich den Job verloren habe, beim, beim Fachverlag Hans Karl damals mich für Freiberuflichkeit entschieden habe. Ich hätte auch in eine PR Agentur, in eine PR Abteilung gehen können oder ich hätte andere Fachzeitschriften machen können, aber ich bin froh, dass ich da sozusagen meiner Leidenschaft gefolgt bin und es war ja dünnes Eis. Es war ja dünnes Eis in Deutschland. Es gab ja keine Bierzeitschrift. Es gab nicht, es gab nicht mal Bierbücher. Wo soll denn jemand wie ich da schreiben? Gut, damals gab es noch Aufträge von den großen Zeitschriften, Reportageaufträge, die gibt es heute auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, heute ist es doch eigentlich auch noch dünnes Eis, kann ich aus Erfahrung sagen. Ja gut, Regine, dann ist es so. Ja, auf jeden Fall. Also, reines Schreiben würde ich jetzt von meiner Warte aus, um die Miete zu zahlen, nicht allein betreiben wollen. Im Bierbereich? Nee, eben. Eben, ging auch nicht. Und insofern dann die Sache, dass man irgendwann mehr Tastings macht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich ja auch die Berlin Beer Academy. Nee, das war alles super. Ich merke nur jetzt in meinem Leben, dass ich nicht mehr so viel Alkohol vertrage. und ich trinke auch nicht mehr so viel und bin am Überlegen, wie ich das shiften kann. Also, was ich dann jetzt daraus machen kann. Ja. Das ist ein guter Moment, um die Frage von Lothar Santa unterzubringen. Der Mann hat ja den Blog für alkoholfreie Biere. Und er sagt, meine Beobachtung ist, dass alkoholfreies Bier bei unseren europäischen Nachbarn außer in Frankreich in der Gesellschaft mehr akzeptiert wird. Meine Frage an Silvia. Die Motivation ist jeweils eine andere. Preise von alkoholischen Getränken oder der Verbot vom Konsum von alkoholischen Getränken in der Öffentlichkeit. Wie schnell haben die Brauereien in den jeweiligen Ländern den Trend erkannt? Bezwecksweise, warum die Deutschbrauereien das alkoholfreie Bier noch so stiefmütterlich behandeln? Ja, interessante Beobachtung. Ich kann die nicht nachvollziehen. Er sagt, dass allein in den Supermärkten findet man eine große Auswahl an alkoholfreien Bieren. In UK sind es mindestens drei Brauereien, die ausschließlich alkoholfrei brauen. Und in Deutschland erlebt er das anders. Das ist der Ursprung seiner Beobachtung. Ich weiß nicht, wie es im Ausland ist. Ich freue mich, das zu hören. Also in Deutschland ist es aber ähnlich. Ich kenne jetzt keine Brauerei mehr. Ja, oder ich kenne, sagen wir mal so, die großen Namhaften haben alle eins. Und auch die kleinen Mittleren und die ganz Kleinen sind teilweise ja auch schon. Und beim Biermeister zum Beispiel in Schöneberg in dem Bottleshop, das größte Regal ist das alkoholfreie Regal. Und da kommen Leute extra her, die gar keinen Alkohol mehr trinken und die sich da eindecken. Also die Nachfrage ist da. Das Phänomen wird immer größer. Ich selbst habe mich darüber lustig gemacht, noch vor so und so vielen Jahren, sagen wir mal fünf oder so. Und wenn immer es darum geht, ob ich ein Tasting mit alkoholfreiem Bier mache, da habe ich irgendwie egomäßig abgelehnt. Gesagt hier, das kann ja wohl nicht angehen. Bier muss Umdrehungen haben. Aber mittlerweile sehe ich das anders. Und ja, ich bin ja jetzt 55. Man kann sagen, es hängt mit dem Alter zusammen. Aber meine Rettung ist, dass so meine Neffen und Nichten im Alter von so 30, 40, eben denen das genauso geht. Ich glaube, es ist nicht nur eine Altersentwicklung. Demografisch würde das die Theorie allerdings unterstützen. Ja, das stimmt. Aber es ist auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Wir gehen anders mit Alkohol um und unsere Körper verarbeiten das irgendwie anders. So ist meine Wahrnehmung. Es ist der Megatrend Gesundheit, der gerade wirklich spürbar. Ich glaube auch in anderen Ländern zu spüren ist. Also die Konsumgewohnheiten werden sich da ändern. Ich glaube, das wird die Bierbranche sicherlich betreffen, aber auch die Weinbranche, glaube ich. Die ist da auch schon kräftig am Suchen, was man da machen kann. Ja, das ist so. Und wie die Vergleiche jetzt in anderen europäischen Ländern sind, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich finde das eine interessante Fragestellung. Werde ich mal darauf achten. Also mir fallen in Deutschland jetzt auch zwei Brauereien ein, die auch nur alkoholfrei machen, nämlich Klausthaler und Joybräu, die ja eher dann so ein Spezialbier machen. Aber das sind beides Alkohol. Schon mal eben zwei fallen mir aus dem Stand ein. Stimmt, aber Uwe zum Beispiel hat aufgehört. Uwe hat aufgehört, genau. In Hamburg gab es sogar drei, aber einer hat aufgehört, stimmt. Also es wird sicherlich dauern, bis das auf derselben Ebene steht wie das Bier mit Alkohol. Und natürlich ist Alkohol irgendwie auch nach wie vor ein Geschmacksträger. Vielleicht so aus meiner Sicht ist es dann doch wieder die Spezialbiere, die man dann irgendwann mal am Wochenende, jetzt nicht jedes Wochenende, aber an einem schönen Wochenende immer rausholt und sich und dem Körper etwas zumutet und sich selber etwas gönnt. Naja, Zumutung oder nicht. Ich finde, individuell ist es wichtig, dass man weiß, wo die Grenzen sind und ab wann es wehtut. Aber davor ist es eben auch Genuss. Und Alkohol, wie du sagst, ganz richtig, ist Geschmacksträger. Und Alkoholfreis kann nie das ganze Spektrum an alkoholischen Bieren, die wir haben, ersetzen. Niemals. Muss es ja vielleicht auch gar nicht. Also als eigenständiges Getränk, aber gleichwertig betrachtet. Ja. Eben, genau. Kann es ja funktionieren, ne? Ich habe noch eine Frage von einem Mann, den du kennst, nämlich von Christian vom Braustädtchen. Da warst du ja auch schon zu Gast. Mhm. Und zwar hast du, sagt er, mit Silvias Saloon bereits 2017, 2018 ein Online-Format für gemeinsame Bierverkostung ins Leben gerufen. Er ist aber wieder eingestampft. Und er hat es geliebt und war ganz oft dabei. Und warum musste erst eine Pandemie kommen, fragt er, damit sich dieses Format etabliert hat. Hat es sich wirklich etabliert oder stirbt es gerade wieder aus, das Online-Tasting? Und warum machst du es nicht mehr? Also ich habe diese Gegner von Online-Tastings, habe ich eigentlich nie verstanden. Von wegen, nee, das muss man zusammen und im gleichen Glas, die gleiche Temperatur und was. Das kann man machen, wenn es darum geht, was weiß ich, ein Aromaprofil herzustellen von einem Bier, wo sich das Panel sozusagen unter gleichen Bedingungen verkosten muss. Aber ein informelles Tasting, wo wir was über Bier erfahren und ein bisschen Spaß miteinander haben, das kann auch online passieren. Und es war toll zu sehen, wie sich das mit einem Mal dann in der Mikrobenkrise durchgesetzt hat. Allerdings war es für mich ein irrsinniger Angang, die Logistik dahinter zu wuppen. Das ist einfach, die Planung und Logistik, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wirklich nur dann machbar, wenn man noch einen Shop hat oder eine Gastronomie, so wie das in Lingen passiert ist. Also das ist allein ganz schwierig. Ich habe damals mit Dera Import zusammengearbeitet. Die haben das so für mich gepackt dann in ihrem Lager. Aber es war auch weit draußen und es brauchte eben diese enormen Vorlaufzeiten. Aber vielleicht, also Sylvia Saloon gibt es auf jeden Fall als Präsenzgeschichte erst mal in diesem Jahr, einmal im Monat im Biermeister ein Tasting. Und ich liebäugel damit, ein Online-Tasting da drauf zu setzen. Aber ich muss die Logistik klarkriegen. Das ist tatsächlich ein Phänomen. Wir haben ein nicht zu unterschätzendes Beiwerk bei so Online-Tastings. Menschen, die das mitmachen. Auch wir zum Beispiel denken ja auch nicht ständig darüber nach, aber wir organisieren das gelegentlich für so Weihnachtsfeiern. Man kann uns da ja auch für Tastings buchen. Und es ist tatsächlich ein immenser Akt zu gucken, dass alle Biere auch da sind, die man so gerne hätte. Da hat man irgendwie eins im Blick und das ist dann irgendwie ausverkauft. Wir hatten das auch schon zwei Tage vorher. Oh, die Palette ist irgendwie umgekippt vor dem Versand. Wir brauchen jetzt noch ein anderes Bier. Das ist so, oh. Also alleine das sind ja so Geschichten. Eben. Also es stehen ja auch nicht 50 Biere von jeder Sorte irgendwie bei denen im Lager rum. Ja, und dann kommt ein Bier nicht an, der Karton kommt zurück. Dann brauchst du noch Zeit, es trotzdem wieder hinzuschicken. Also wie viel früher schickt man es los und lauter so Dinge. Und diese Arbeitszeit müsstest du natürlich in den Preis dieses Tastings inkludieren. Und da hakt es natürlich, wenn die Nummer wirtschaftlich gut sein soll. Eben. Genau das war es. Das war dann toll, wenn man hier so in meiner Stube sitzt mit all den anderen. Aber es war ein Riesenaufwand. Läuft dann irgendwann unter künstlerischer Selbstausbeutung. Ja, genau. Kann man mal machen, sollte man nicht als einziges Betriebsmodell irgendwie. So ist es. Du hast gerade eben gesagt, so ist es dünnes Eis. Ich bewundere das bei dir total, weil du sagst, du bist freigeblieben. Du wolltest das immer, du machst das weiter. Und du hast ja viele Dinge auch angestoßen. Du hast gerade eben selbst gesagt, die Berlin Beer Academy zum Marschiff war eins deiner Projekte. Du hast immer wieder Sachen angestoßen. Wie bist du auf diese Ideen gekommen, das zu machen? Tja, sowas steht einfach im Raum. Wenn man aus dieser Biersfamilie Ausbildung kommt, dann denkt man sowieso, man muss jetzt erstmal alles machen, was geht. Also womöglich auch noch Reisen, Leute nach Belgien und zurückführen. Aber es waren auch tatsächlich oft Impulse von außen. Also mein damaliger Geschäftspartner ist auf mich zugekommen. Bei dem Buch war es, ich hatte vorher schon Sachen, Kontakte zu Verlagen geknüpft, aber dann kamen Gestalten auf mich zu. Und ich denke, Ideen sind im Raum und dann passiert was. Und dann, es muss etwas passieren, bis es zur Umsetzung kommt. Aber das ist eben auch oft, ja, das sind sozusagen die Synchronicitäten, die sich dann ergeben. Die man dann natürlich auch machen muss, anpacken und machen muss am Ende. Ja, genau. Dafür habe ich ein ziemlich gutes Gefühl, so nach dem Motto, wenn ich das nicht mache, werde ich mir das ein Leben lang nicht verzeihen. Egal, wie es ausgeht. Und sowas gibt es. Gibt es sowas, hast du sowas, wo du sagst, ein Leben lang, das hätte ich machen sollen? Nee, eben nicht, weil ich es ja immer mache. Sehr gut. Du bereust nichts gemacht zu haben, du bereust auch nicht, etwas nicht gemacht zu haben. Ich sage mal, da ist die Glücksbilanz doch ganz gut, oder? Ja. Eigentlich schon. Also, wenn ich so zurückblicke, dann kann ich mich fragen, wie hast du das eigentlich immer geschafft? Und ich kann sagen, irgendwie geht es doch immer. Und das wissen wir alle aus unserem eigenen Erfahrungsschatz. Wir haben uns durchs Studium finanziert. Wir haben die ersten Jahre der Selbstständigkeit irgendwie überbrückt, bis bevor das Geschäft lief. Und wir werden auch jetzt weiterhin leben und unsere Sachen zum Blühen bringen können, wenn wir das machen, worauf wir Bock haben. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Und je instabiler die Zeiten werden, umso wichtiger. Ja, das stimmt. Du hast gesagt, dieses Jahr wird einiges kommen. Es klang am Anfang des Gesprächs wie so ein Scheideweg. So ein bisschen wichtige Entscheidungen. Jetzt im Laufe des Gesprächs habe ich so ein Bauchgefühl, nee, du wirst der Bierszene schon treu bleiben. So Scheideweg dann doch nicht, oder? Ja, wie gesagt, also die Geschichte, dass ich weniger trinke, beschäftigt mich sehr. Zusätzlich noch, dass mich Craft Beer eigentlich ein bisschen, oder die modernen Trends, dass die mich langweilen. Das kam dann auch dazu. Ich sehe jetzt aber hier ganz viel Neuland, über das ich auch reden möchte. Also Stichwort Farmhaus. Und ich sehe auch den Bedarf, das neue Normal zu erforschen. Es geht da nicht so recht in, nicht ausschließlich in Richtung Bierstile, Biergeschmack, sondern es geht in die Frage, wie können wir eigentlich ein Unternehmen führen, wie können wir brauen, wenn die Lieferkette nicht funktioniert oder wenn wir keine Mitarbeiter bekommen, wenn Energiekosten nicht stabil bleiben, wenn das unsicher ist. All diese ganzen Geschichten, was sind da die Modelle und wie geht es da weiter? Und für mich die Glaube an das große Netzwerk der Bierszene und Braubranche, das wir haben. Und dass, wenn die richtigen Leute zusammenkommen und dass es dann weitergeht. Also jetzt nicht nur die richtigen Leute, es gibt nicht die richtigen und die falschen, sondern wenn sich die Leute finden, die miteinander können und was zusammenentwickeln, ich glaube dann, wenn wir alle weitergehen können. Das klingt optimistisch. Ja, total. Und das ist gut, genau. Man hört in der letzten Zeit so viele negative Stimmen. Da ist es schön, meine positive zu hören. Aber es wird mit Sicherheit ein Kraftakt auch in diesem Jahr mit Energiekosten steigenden Produktkosten. Du bist ja auch bei einem Produkt dran für Barthas zum Beispiel an der Hops Academy. Hopfen wird ja auch nicht günstiger. Ja, die Hopfenernte war schon lange nicht mehr so schlecht, genau. Und dazu kommt noch der Klimawandel. Das kommt, glaube ich, für den Hopfen auch noch drauf, dass sich hier sowieso die Züchtungen, denke ich, entwickeln müssen und entwickeln werden. Viele Herausforderungen. Ja, das ist richtig. Aber da sind eben auch viele Chancen. Und eine komplette, ich finde, die Ansage ist komplett dahin, es gibt von außen nicht mehr den Anreiz, irgendwie erfolgreich zu sein. Da kann dir links und rechts immer wieder was dazwischen kommen. Diese Karotte, die gibt es nicht mehr. Ja, wir sind ja auch in der Endphase des Kapitalismus. Und die Ansage ist jetzt, mach verdammt nochmal das, wozu du Bock hast. Ja. Oh, die Ansage finde ich fantastisch. Weil alles andere geht sowieso schief, sagst du. Ja, ja, es kann schief gehen. Und wenn das, worauf du Bock hast, worauf du dich ausrichtest, wenn dir da so Hürden in den Weg gelegt werden, dann sagst du eben, ja klar, dann gehe ich eben rechts rum oder links rum. Aber ich bleibe daraus aufgerichtet und ich weiß immer noch, dass es mir letztendlich Spaß macht. Ja. Wunderbar. Gibt es Termine, wo man dich in Zukunft live sehen kann, treffen kann? Wo kann man dich treffen? Weißt du das schon? Hast du einen Überblick? Hast du einen festen Tag in dem Bottleshop, wo du arbeitest? Nee, ja meistens Freitag. Ach guck mal, das kann man ja schon mal genau. Freitag im Biermeister in Schöneberg. Ja, leider bei dem Barrel Summit bin ich nicht da. Ich freue mich auf eine Mexiko-Reise. Ah, schön. Mexikaner werden mich live erleben. Ich mache da auch ein Tasting an der dortigen Bierakademie. Aber live erleben sicherlich auf der Brau, hoffe ich mal. Braubeviale. Und davor freue ich mich auf den European Beer Star, die Expertenverkostung und Brussels Beer Challenge. Aber das sind ja keine öffentlichen Veranstaltungen. Da bist du natürlich als Judge hochgefragt. Da hast du, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf ertrunken. Okay, dann noch eine Frage an die Weltreisen. Hörerinnen sind immer total interessiert daran, wo man biertechnisch denn dringend mal hin müsste. Was sind die Top 3, wo man hinfahren und dieses Bier trinken muss? Hm, also ich finde immer noch Amerika, USA. Ich war im Mai dort und fand das toll. Ich finde, man sollte Scratch Brewing in Ava, Illinois besuchen. Das ist am Arsch der Welt, aber die Reise lohnt sich. Das ist so eine Farmhausbrauerei und die sind nur sehr klein, aber sehr einflussreich. Die haben ein Buch geschrieben, wo sie darüber berichten, wie man mit den Botanicals beim Brauen umgeht und wie man sie einsetzt. Und sehr viele, die ich danach interviewt habe, beziehen sich auf dieses Buch, haben das Wissen daraus. Ja. Die sollte man unbedingt besuchen. Und ich denke, Italien ist wichtig. Ich kann aber jetzt keine Brauerei nennen. Das ist vielleicht ein doofer Tipp dann. Italien ist ja immer eine Reise wert. Finde ich auch. Ganz genau. Und was man auch unbedingt getrunken haben muss, ist wieder USA Keeping Together von Avery Swanson. Okay, das sind ja schon mal drei Tipps. Auch ein total neuer Ansatz, Bier zu kreieren. Weil sie hat ein Notizbuch, da schreibt sie auf Geruchskombinationen, die sie im Alltag wahrnimmt, die sie für gut befindet. Sie schreibt sich Namen auf, die wie Gedichttitel der Beat Generation klingen. Und kombiniert das Ganze dann irgendwann zu einem Bier. Das hat natürlich auch eine schöne Geschichte, dieses Bier dann. Definitiv. Ja. Genau. Wir haben immer eine Frage zum Schluss. Und das ist nämlich das Bier für die einsame Insel. Die Antwort kennt ihr. Wir möchten sie trotzdem hören. Es kann nur eines geben. Was für eine Luxusinsel. Orval Tag ein, Tag aus. Und bei Orval zum Beispiel ist ja die, je nachdem wie lange es gelagert ist, ist ja ganz wichtig. Hast du da irgendwie so eine Favoritenzeit, wo du sagst, ihr müsst unbedingt das fünf Jahre alte ausprobieren oder so? Ja, die alten, die haben wunderbare Steinfruchtaromen und so eine süße Früchtearomatik bekommen die eher. Und natürlich die jungen bis drei Monate haben die tolle Hopfenaromatik. Ich finde beides toll, aber ich war tatsächlich auch begeistert von so einem Einjährigen. Hält bei mir nicht so lange. Ich habe das noch nicht angelegt. Aber ich war ja mal auf dem Orval Tasting und das war eben einfach Vertikalverkostung. Und da ging es wirklich um Monate. Ich habe gedacht, wir haben auch so diese Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Und nee, die Belgier streiten sich darum, in welchem Monat ist es am besten. Ach, guck mal, das wusste ich nicht. Also ich habe jetzt gerade, ging das rum, ich war auf der Seite, Kraft hier im deutschsprachigen Raum oder so, dass irgendein belgischer Versender halt es aus mehreren Jahren anbietet. Tatsächlich. Also es ist dann nicht ganz billig, aber irgendwie man kriegt dann so und so viele Flaschen aus verschiedenen Jahrgängen. Und das ist natürlich dann ganz spannend, also das dann direkt alles auf einmal zu bekommen, das hat man ja sonst nicht. Das stimmt. Dann muss man es nicht selber einlagern. Ich bin da auch nicht so gut drin. Also ich war letztes Jahr halt in Luxemburg und da kriegt man das ja so im Supermarkt. Und da habe ich so das ein oder andere mitgebracht. Mal sehen, wie alt das wird. Das steht hinten im Keller versteckt in der Hoffnung, dass wir es vergessen. Genau. Und da wir dieses Projekt Kinderaufräumen ja schon sehr lange vor uns herfahren, kann dieses Bier auch sehr alt werden. Ja. Mal schauen. Aber ihr wisst ja, im Zweifel immer trinken. Nicht lange lagern, immer trinken. Das ist ein gutes Schlusswort. Das ist ein wunderbares Schlusswort, ja. Silvia, es war eine riesen Freude. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ja. An diesem Vormittag. Ganz toll, vielen Dank. Prima. Vielen Dank für die Gelegenheit und das hat mir total Spaß gemacht mit euch. Bringt echt gute Laune. Tja, die Silvia hat einiges erlebt zum Thema Bier. Und sie lebt in einer Altbauwohnung. Genau. Mit hohen Decken. Wir haben ja, ich glaube, wir haben es schon erwähnt, immer so einen Tech Rider, den wir verschicken an unsere Gäste, wenn wir uns digital treffen. Dieser Tech Rider ist ja schon relativ ausgefuchst inzwischen. Aber es ist auch einfach zu viel verlangt, die Decke abzuhängen. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ja. 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 Was sie alles erlebt hat. Ja. Da sagten wir biertechnisch noch mit der Trommel um den Tannenbaum gelaufen sind. Ja, und gleichzeitig finde ich es wirklich spannend, dass sie jetzt an so einem Punkt ist. Jetzt kommen so neue Gesichter und die Szene entwickelt sich nochmal weiter und sie überlegt jetzt eben auch, wie sie sich entwickelt. Ja, ja. Und dass sie auch in Teilen so ein Gefühl der Langeweile wieder hat. Ja, Langeweile trotz Vielfalt, ne? Ja. Auf eine Art. Na klar, es ist natürlich irgendwie wie eine Entwicklung und sie ist halt jemand, die ja tatsächlich ganz großer Fan von einer Vielzahl von Aromen ist. Und wenn sich das halt alles irgendwie zu stromlinienförmig zuschneidet, dann interessiert sie das nicht mehr so richtig. Ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Aus Sommelier-Sicht ist das auch dann schwierig. Ja, das stimmt. Denn auch wir haben ja schon Tastings gemacht und es ist auch schwierig, mit diesen Bieren zu arbeiten dann natürlich. Also sowohl mit dem Blick der Fachfrau als auch persönlich, glaube ich, ist das dann nicht immer einfach. Ja, das stimmt. Ich habe das jedenfalls sehr, sehr genossen, mit ihr zu sprechen und ich bin gespannt, was da in diesem Jahr noch so kommt. Ja. Termine? Termine! Dritter, zweiter. Führung und Verkostung in der Wackenbrauerei in? Wacken. Sehr gut. Jeden Freitag gibt es eine Open-Bottle-Party im Braustädtchen. In Hamburg. In Hamburg am Fischmarkt. Ah ja. Wenn man Lust hat irgendwie auf so ein Feierabendbierchen und ein Wochenendbierchen, dann kann man da ein paar schöne Biere probieren. Siebzehnter, zweiter. Bingo mit Henni. Steffi, Steffi, Stefan, das hast du rausgesucht. Er ist Henni. Keine Ahnung, aber es klingt lustig und ist in der Landgangbrauerei. In der Landgangbrauerei in Hamburg. Fünfundzwanzigster, zweiter. Live-Musik. Fun-Stave in der Wittaufer Brauerei in Neumünster. Ah. Um neunzehn Uhr geht es los, der Eintritt ist frei. Elfter, dritter. Brauerstammtisch im Galoppa des Jahres. Mit dabei sind Wildfuchs, Two Chefs. Genau, deswegen dachten wir, nehmen wir den Termin mal mit rein, auch wenn er erst im März ist. Meisel und Buddelschip. Cool. 23.2. bis 1.4. Starkbierfest im Augustinerkeller in München. Die Münchner, die lassen es wieder krachen. Die trinken dann durchgehend, super. Hat man auch nicht das Problem, dass man diesen einen Termin vielleicht verpasst. Man hat da ja mehr als einen Monat, um da hinzufinden. Sehr gut. Finde ich sauber gelöst. 10.3. bis 12.3. auf Schloss Romroth. Da könnte man lernen von den Münchnern im Augustinerkeller. Heimbraukonvention. Sie findet wieder statt. Wieso kann man da lernen von den Münchnern? Weil das nur zwei Tage ist. 10.3. bis 12.3. Ich verstehe. So ein Heimbraumonat oder sowas. Das wäre doch fantastisch. Sehr schön. Und dann für ganz kurz Entschlossene nochmal, wir möchten es nochmal erwähnen. Sonnabend, 28.1. Senatsbock-Anstieg. In Hamburg. In Hamburg. Und dann 30.6. bis 1.7. Wir haben es immer noch im Kopf. Das erste Hamburg oder das erste Hamburger Bierfestival, von dem ich weiß, dass ich gefunden habe, dass der Stadt fest ist. Ah, was denn für eins? Das ist das Hamburg Bierfestival in den Schanzenhöfen. Wir haben es schon angekündigt. Beim nächsten Mal machen wir eine Pause und dann nehmen wir es wieder mit auf. Genau. Es stand hier tatsächlich, ich habe es tatsächlich noch nicht gelöscht in meinen Unterlagen oder in meinen Aufzeichnungen. Deshalb habe ich das jetzt eiskalt mit vorgelegt. Aber so bleibt es im Kopf. Sehr gut, sehr gut. Sind wahrscheinlich die ehemaligen Craft Beer Days. Es sind die ehemaligen Craft Beer Days, ja. Das waren die Termine. Sehr schön. Was bleibt es noch zu sagen, Stefan? Die nächste Hopcast-Folge erscheint am 24.02. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß und viele gute Biere. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wenn ihr uns irgendwie erreichen möchtet, dann könnt ihr das unter sheers-at-hopcast.de. Ihr erreicht uns auch auf Facebook und ihr seht uns auch auf Instagram und auf Steady. Dort könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und wenn ihr sagt, das ist irgendwie ein ganz schönes Projekt hier, ich möchte diese zwei Nasen unterstützen, dann könnt ihr das da gerne tun, da freuen wir uns total drüber, weil dieses ganze Projekt ist leidenschaftsgesteuert und da steckt viel Liebe drin und wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Das geht schon mit fünf Euro im Monat los. Das wäre der Moment auch für die Hall of Fame, oder? Ja. Zu den Mega-Bierlovern, die uns unterstützen, zählen Tobias, Florian, Marcel, Leif, Volker, Patrick und Lothar. Vielen, vielen Dank. Und wir haben tatsächlich schon, wir haben zwölf Personen, die sozusagen eine kleine Bierlover-Mitgliedschaft haben und wir haben sieben Mega-Bierlover. Ich finde es fantastisch. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist ganz, ganz toll. Ja, und ansonsten, wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das tun, damit ihr keine Folge verpasst. Genau. Und wie gesagt, Anregung, Fragen, immer an cheers.hopcast.de. Wir freuen uns immer über Post und wir danken euch fürs Zuhören. Bis denn. Tschüss. Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Hopcast. Oh. See ya. So. Bye.